Hier sind wir. Das ist unser Einsatzgebiet. Wir sind eine Söldnertruppe im Dienste der Präsidententochter. Unsere Aufgabe ist es, den Präsidenten zu befreien. Hier gibt es so eine komische Rebellengruppe, Lijon heißt die, die hier Unruhe stiftet. Und hier die Macht an sich reichen wird, so eine Art Militärputsch vielleicht, man weiß es nicht. Wir sind Walter Kiesel, auch Stone genannt, mit seinen Söldnern, the Stone Troopers. Ich zeige sie euch gleich auch alle. Wir haben zuletzt diese erste Insel befreit und stehen jetzt kurz davor, hier aufs Festland überzusetzen. Und da müssen wir ein bisschen überlegen, wie machen wir das, wo gehen wir hin und so weiter und so fort. Da gibt es noch einiges zu bedenken. So, wer ist mit dabei? Ich würde sagen, das gucken wir uns kurz mal an, weil das natürlich jetzt wichtig ist für den weiteren Verlauf. An erster Stelle natürlich der Boss, Walter Kiesel, Allrounder. Natürlich gut im Unterrichten von Miliz und so weiter, hohe Führungsqualitäten, gut im Verhandeln. Außerdem kann er ganz gut mit Vollautomatikwaffen umgehen und neuerdings auf den Boden. Das ist seine Kernkompetenz, wahrscheinlich auch, weil er ein bisschen Bauch hat, kann er den gut nutzen. Sein Wechsel zur Bauchlage ist Gehärtes und Schadensreduktion bei Sprengkörpern in Bauchlage fängt wahrscheinlich alles seinen Bauch mit ab. So, wir müssen noch eine Biografie lesen, das machen wir heute auf jeden Fall auch wieder noch. Dann haben wir Barry Unger, das ist unser Sprengstoff-Experte, der zusätzlich auch noch irgendwie ganz gut reparieren kann und stürmen und säubern hat. Er hat eine wichtige Eigenschaft, das heißt nach dem Werfen von Granaten und der Nutzung von Schrotflinten hat er eine Gratisbewegung. Er hat auch jetzt eine schöne Schrotflinte, das kann man aber schön nutzen, um ihn nah heranzubringen und dann wieder wegzulaufen. Dann haben wir Michael M. D. Dawson, das ist der Arzt des Teams. Relativ schwach in vielen Dingen, vor allem Beweglichkeit und so weiter. Treffsicherheit ist allerdings tatsächlich besser geworden zuletzt. Aber natürlich hat er vor allem die Aufgabe zu heilen, entweder in der Schlacht oder in den Gefechten oder außerhalb. Dementsprechend haben wir ihn auch als Retter geskillt, wo er nochmal 30% mehr Trefferpunkte regeneriert oder heilt. Dann haben wir Kalina Sokolowa. Sie ist eigentlich als Technikerin bei uns, hat auch eine hohe Treffsicherheit und ist dementsprechend auch als Scharfschützin aktiv. Sie kann mit ihrer Fernangriff durch die Rüstung durchgehen, was stark ist. Nachtoperation ist ihre Stärke und neuerdings Sprinter. Sie hat eine erhöhte Gratisbewegung Reichweite, wenn sie eine leichte oder keine Rüstung trägt. Wir nehmen Grunty nicht mit. Nein, das war Teil der Verabredung am Anfang. Wir haben Monika Banz-Sondergaard. Sie ist tatsächlich vor allem Präzisionsschützin in dieser Hinsicht nochmal deutlich stärker. Mit 88 Treffsicherheit, auch mit einer hohen Beweglichkeit, Geschicklichkeit. Grandiose Weisheit. Man kann auch sagen, eine tolle Frau. Sie kann auch einiges. Sie kriegt einen Bonus auf Ziele, die schon von einem Verbündeten getroffen wurden. Das ist ein bisschen immer schwer zu berücksichtigen. Muss ich öfter vielleicht mal dran denken. Und aber ganz wichtig, sie hat ablenkenden Schuss, kann Überwachung und Festnageln verhindern. Dann haben wir Keith Bloodhansson. Manche sagen, er ist OP. Er ist eigentlich hier als Präzisionsschützer ausgewiesen, aber es ist eigentlich Quatsch. Eigentlich ist er Stealth-Nahkämpfer, so würde ich ihn bezeichnen. Er hat eine sehr hohe Geschicklichkeit, vor allem eine Beweglichkeit. Dadurch kann er gut schleichen. Ist auch so ein kleiner Mediziner noch nebenbei. Aber vor allem hat er halt diese fliegenden Dolche, die sind sehr, sehr gut. Und hat eben eine hohe Genauigkeit und Verteidigung bei Nahkampfangriffen. Zusätzlich noch diese Fähigkeiten Stürmen und Säubern und voller Körperkontakt. Es gibt ihm Eifer, was wiederum so eine Art Schutzschild ist für ihn. Ja, das sind unsere Leute. Wir gucken nochmal ganz kurz ihre Ausrüstung an. Der Boss ist ausgerüstet mit einer schweren Rüstung und einer AK-47. Barry hat die Schrotflinte. MD hat eine Uzi, da müssen wir nochmal kurz drüber nachdenken. Kalina hat ein Gewehr 98 mit einem Visier, was wir zuletzt eingebaut haben. Und einen Schalldämpfer. Buns ebenso. Genau. Das ist wichtig. Und Blood hat eine Browning mit einem Schalldämpfer und seine endlosen Messer. Wobei... Achso. Ja, das war das Thema. Er kann mit den Messern auch... Konnte er mit den... Ich hab's schon wieder vergessen, Leute. Konnte er mit den Messern auch Nahkampf betreiben? Das hatten wir doch das letzte Mal, war so ein bisschen unklar. Aber steht ja eindeutig Nahkampfwaffen. Okay, alles klar. Das war nochmal wichtig. So. Okay. Das soweit dazu. Zwei Kleinigkeiten müssen wir noch. Erstens MD. Da hab ich noch eine rein spielmechanische Frage. Wir haben ihm die Uzi gegeben. Und ich gucke mal... Ich vergleiche die gerade mal mit einer anderen Waffe hier, mit dem Peacemaker. Und die Uzi hat 3x8 Schaden. Das heißt, die machten so eine Salve mit 3 Kugeln. Und jede Kugel macht 8 Schaden. Das ist eigentlich total erbärmlich. Die Frage, die ich habe... Wird für jede Kugel quasi der Treffer gesondert berechnet? Oder wird er einmal berechnet? Und dann treffen alle 3 Kugeln oder alle 3 Gegenden daneben? Oder ist das irgendwie eine Mischung oder so? Und jeder Schuss wird berechnet. Okay. Gut. Aber das heißt, es gibt keinen Einzelschuss bei einer Uzi. Weil wir sehen Feuermodi, Salve und automatisch, oder? Nee, ich finde nicht, dass er ein Scharfschützengewehr bekommen sollte. Lars sagt doch. Rotenfels sagt nein. Andere sagen auch doch. Rechts steht's. Ah, stimmt. Einzelschuss 4 AP. Okay. Okay. Jetzt frage ich euch aber. Nehmen wir mal an. Das Problem ist, er hat ja verringerten Bonus durch Zielen. Was irgendwie schwierig ist, wie ich finde. Warum ist das besser, als wenn ich jetzt ihm eine Peacemaker gebe, die auch 4 AP hat, quasi Einzelschuss, die gleiche Reichweite hat und mit dem Einzelschuss 15 Schaden macht, während der Einzelschuss 8 Schaden macht und dann noch den verringerten Bonus durch Zielen hat. Also das verstehe ich nicht, warum jetzt nicht der Peacemaker eigentlich für ihn jetzt die eindeutig bessere Waffe ist. Ja, 3, ja, Ei-Schwarze, 3 Mal. Das ist aber im Salven-Modus. Ich rede ja vom Einzelschuss-Modus. Oder ist der Schaden da höher? Äh, lolle, lolle, jetzt. Okay. Okay, 3 Mal 8 heißt doch... Einzelschuss heißt doch 1 Mal 8 und nicht 3 Mal 8, oder? Okay, für 1 AP mehr schieße ich 3 Mal. Gut, dann ist 3 Mal 8 besser, ja. So, wenn jetzt aber jemand eine schlechte Treffsicherheit hat von 70, Na gut, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er 2 reintrifft. Äh, dann macht er 16 Schaden. Und hier ist eine 70% Wahrscheinlichkeit, dass er 15 Schaden macht. Okay, ich verstehe. Okay, alles klar. Ist dann doch besser. Wir lassen es so. So. Ähm, genau. Man bekommt 3 Versuche fast zum Preis von 1. Wir lassen es so. Die nächste Sache, die ich nochmal checken wollte, sind die Modifikationen. Wir haben hier unterschiedliche Visiere drin. Und ich weiß nicht mehr, was wir hier eingebaut haben. Hier haben wir zum Beispiel zusätzliche Zielenstufe. Und ich glaube, das wäre cooler, wenn das Kalina bekommt. Weil sie ja jetzt diesen... Wenn deine erste Aktion ein Angriff ist, nicht durch Überführung, zählt sie, als wäre 3 Mal gezählt worden. Ja, genau. Äh, ich glaube, wir geben, wir tauschen die Waffen aus, weil Kalina ja jetzt sehr weit laufen kann. Das heißt, sie hat in der Regel relativ viele AP übrig. Und dann ist das mit dem 5 Mal Zielen bei ihr meines Erachtens besser. Wenn ich das richtig verstanden habe. Wir machen mal den Tausch. Haben die das jetzt getauscht? Ja. Die sollte gar nicht kämpfen. Ja, alles klar. So, was ich noch gesehen habe, es gibt unterschiedliche Munitionstypen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel NATO-Match-Munition. Das sind Munition erhöhter Bonus durch Zielen. Ich würde sagen, die bauen wir in die Gewehr 98er rein. Weil dann sind die einfach noch besser als Scharfschützengewehre. Und so viel verbrauchen die davon nicht. Wir tauschen das aus. Außer, das hat noch einen Nachteil, den ich nicht weiß. Aber das scheint mir ganz gut zu sein. Ja, ja, ja. Ja, MD kann toll, wenn er trainiert ist, kann alle möglichen Leute was Tolles machen. Lass, lass, lass uns doch mal hier erstmal. MD ist im Moment MD. Was irgendwann in Zukunft ist, wissen wir nicht. Vielleicht stirbt er in der nächsten Mission. Also, okay. Das waren die Geschichten, die ich klären wollte. Damit kann es losgehen. Wir werden jetzt erstmal hier zurückreisen. Wir müssen ein bisschen heilen. Wir müssen ein bisschen reparieren. Und dann müssen wir uns überlegen, wo wir hinfahren. Das ist der Plan. Auf geht's. Und irgendwann müssen wir unsere Leute auch noch... Ah, müde sind sie auch noch. Okay, wir lernen nochmal ein neues Konzept. Ja, Verträge schauen. Nächstes Thema. Wenn die Verträge auslaufen, können wir sie einfach erneuern. Es gibt keinen Grund, das einen Tag vorher zu machen. Das geht auch, wenn sie auslaufen. Also keine Panik, liebe Leute. Ah ja, ich habe übrigens wichtigen Hinweis vergessen. Bitte keine Spoiler. Kein übertriebenes Backseat Gaming. Bitte kein, ey, jetzt müssen wir dir erstmal erklären, wie das Spiel funktioniert. Und solche Geschichten. Wenn ich Fragen habe, können wir die Dinge diskutieren. Ansonsten, wenn ihr das Spiel kennt, bitte nicht so viel sagen, was alles sein wird. Am besten gar nicht sagen, was alles sein wird. Okay, also. So. Gut, verstehe. So, jetzt ist natürlich die Frage, während wir jetzt in Operation sind, ob das mit dem Vertrag verlängern wirklich vernünftig klappt. Aus dem Grund mache ich das jetzt doch, was eben schon eingefordert wurde. Wir werden die Verträge verlängern. So. Und zwar. Mein Team. Ah, wir sehen noch gar nicht, wo es ausläuft. Aber das müsste ja eigentlich hier in acht Stunden. Starten wir. Wir werden alle verlängern, liebe Leute. Wir sind erstmal zufrieden mit dem Team. Hat auch gut geklappt. Sorry to say it, man. But my time here is almost up. Ne. What are we thinking? Wir werden das Ganze verlängern. Wir werden auf 14 Tage gehen. Wisst ihr was? Ich würde mir gerne mal, irgendwie finde ich nie in diesem Spiel vernünftig diese Summen. Ich würde mir das gerne mal aufschreiben. Damit ich das besser irgendwie berechnen kann. Also, Blood nimmt für 14 Tage. Ich weiß, dass das teurer wird, wenn er besser wird. Ich schreibe es ja trotzdem auf. 8.090. Das ist ja auch wirklich wert. So machen wir das. Danke. So, dann haben wir Kalina. Ja, ich weiß. Kalina nimmt also für 14 Tage... ...nimmt sie 8.400. Na? Ura! More Adventure! Sehr schön. Dann haben wir MD. MD wird auch weiter beschäftigt. Wir gehen auf 14 Tage. Schaut mal, MD, günstiger Arzt. 4.730. Das ist... Wow. Danke. Ich werde weitergehen, ähm... ...doin, was ich mache, ich glaube. So, und dann haben wir Barry. Der wird aufhellengert. My contract is of expiring duration. Let us reach new agreement. Das machen wir. Barry... ...ist bei... ...4.940. Gut. Die Sache wäre dann erledigt. So, dann müssen wir gucken... ...erst mal müssen wir heilen. Blöd ist natürlich, dass sie erschöpft sind. Ich glaube, wenn die erschöpft sind und... ...und Geschichten machen, sind sie nicht erholt, ne? Aber wir müssen die Behandlung... ...wür müssen die Verletzten behandeln. Also, MD soll das machen. Bunz kann sich vielleicht mal erholen. Blood ist noch gut dabei. Der kann vielleicht ein bisschen helfen. Dann geht es schneller. Und Barry und Kalina. 6 Stunden 45. Das kann schon mal gestartet werden. Dann wollen wir auf jeden Fall... ...Gegenstände reparieren. Aber die sind jetzt... Okay. Kalina ist verletzt, deswegen kann die das nicht machen. Das ist natürlich schlecht. Dann machen wir... ...Erholung und Entspannung... ...für die anderen... ...Stone braucht das eigentlich nicht. Aber Bunz... ...es kostet nichts. Okay. 18 Stunden. Warte mal. Bunz... ...kann ansonsten nix reparieren, oder? Die könnte noch irgendjemand was beibringen. Aber es ist okay so. Stone ist der Chef. Kostet nichts. Aber Bunz kostet offensichtlich auch nicht. Gut. So, ja. Das heißt, wir müssen jetzt erst mal die Verletzungen abwarten... ...und dann können wir reparieren. Done. That was kind of easier than I thought it would be. Mhm. Okay. Kalina und... ...Barry werden das übernehmen. Und jetzt müssen wir gucken. Also ganz wichtig ist natürlich das Gewehr. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Na ja. Das wäre auch cool, wenn diese Kevlar-Weste mal ordentlich repariert wird. 14 Stunden. Von den Waffen her, der Rest ist soweit okay. Was würde der Helm noch? 20 Stunden. Also, so viel Zeit muss sein. Den nehmen wir auch noch mit rein. Und den Rest machen wir später. So, Erholung ist durch. Aber das andere ist auch gleich durch. Ah, verdammt. MD ist noch total erschöpft. Ah, was machen wir denn da? Der muss sich noch ein bisschen ausruhen. Wollen wir ihn noch ausruhen lassen und nebenbei noch weiter reparieren? Oder wollen wir ihn einfach nur 12 Stunden abhängen lassen? Das wäre das Schnellste. Dann müsste er auch wieder klar sein. Ah, ich will jetzt nicht so viel Zeit verlieren. Ja, Training könnte man theoretisch auch machen. Ja. Das stimmt. Bans könnte andere unterrichten. Ja, eigentlich keine schlechte Idee. Machen wir das mal kurz. Bans Treffsicherheit. Warum nicht? Aber MD darf es nicht sein, weil der soll sich ja ausruhen. Aber Blood and Stone könnten da vielleicht profitieren. Starten wir das nochmal. Und dann kriegt MD vielleicht dann doch noch seine Erholung. Aber 18 Stunden? Nee. Nee, 18 Stunden ist mir zu lang. MD ist auch nicht mehr müde. Perfekt. Die Reparaturen sind durch. Das Training müssen wir jetzt nicht durchziehen. Ich glaube, jetzt ist alles in Ordnung. Wir sollten einfach los. Wir brechen die Operation ab. Müssen wir das aktiv machen? Ja, ich glaube ja. So, damit sind wir jetzt erstmal hier fertig. Und ja, jetzt natürlich die spannende Frage. Wollen wir ins Dorf gehen und nochmal mit dem Sprechen wegen der Überfahrt? Oder könnte man das theoretisch sofort machen? Das könnte man theoretisch sofort machen. Aber irgendwie ist es vielleicht cooler, mit ihm zu sprechen? Das Thema haben wir noch nie angesprochen. Kommt, wir gehen mal rein. Wenn ich mich recht zähne, war es... Ich weiß gar nicht, wer uns darüber fährt. War er es? War es Basil? Er hat uns zwar was gegeben. Cool. So, wir brauchen ein Boot. Of course, friends. You have a discount for helping us, you know. Super. When you're good to go, just open the map and show me the routes. And I'll get old Betty gassed up and ready for travel. Keep in mind, that once I drop you on the mainland, I'll be heading back home. You can rent another boat from any port sector on the mainland. Donku, nicht alle Sektoren erkunden. Hä, verstehe ich nicht. Wir haben doch hier auf Densa alles erkundet. Au revoir. Okay, was haben wir jetzt bekommen? Eine bessere... Oh mein Gott. Ein Sturmgewehr... Modifiziert. Schnelles Prismen, Zielfernrohr, wenn deine erste Aktion ein Angriff ist. Nicht durch Überwachung, zählt sie, als wäre dreimal gezählt worden. Roter Punkt fügt markiert bei drei oder mehr Zielenstufen zu. Crazy. Und Kompensator mittlerer Genauigkeitsbonus für folgende Angriffe auf dasselbe Ziel. Wow! Das scheint mir ja echt eine ganz gute Waffe zu sein. Die Frage ist jetzt, wer bekommt die Sturmgewehr? Ja, das ist ja eigentlich ein Ersatz für die AK hier, ne? Die AK macht mehr Schaden. Drei mal zehn, 24 Reichweite. 24 Reichweite, dreimal acht. Niedriger Schaden, erhöht der Bonus durch Zielen. 5 AP, 6 AP. Ja, ich würde sagen, habe ich auch die Muni? Ah, 5,56 Muni. Gute Frage. Haha, haben wir nicht. Insofern, ja, brauchen wir nicht drüber nachdenken. Nehmen wir mit. Aber er hat uns mal wieder Mutter, Mütter aus Holz. Was? Nicht zu verwechseln mit dem wenig jugendfreien Vakzin Mütter aus Holz. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Okay, das liest Kalina. Natürlich. Halt, das müssen wir dann Kalina auch geben. Was? Mütter aus Holz. Ja, sehr schön. Evildoers beware. I am stronger and better than ever. Okay, also die Waffe werden wir dann irgendwann mal zum Einsatz bringen. Was mir kurz noch auffällt, das muss hier noch aufgefüllt werden. So, dann sind wir bereit. Alles klar. Dann kommt jetzt der Moment. Oh, wir sehen übrigens hier unsere schönen Waffen. Die Gewehre mit diesem selbstgebauten Schalldämpfer sehen ja auch wirklich wild aus. So, jetzt die entscheidende Frage. Wo landen wir an? Wo wollen wir hin? Also, das Entscheidende ist natürlich, dass wir Minen haben wollen. Minen sorgen für ein tägliches Einkommen, dessen Höhe auf der Loyalität der nächstgelegenen Siedlung basiert. Außerdem haben Minen ein Vorkommen und das heißt, ich glaube, sie können auch ausgehen, also zu Ende gehen. Vorkommen wird knapp. Insofern scheint es so zu sein, als würden jetzt Minen und Siedlungen in einem Zusammenhang stehen. Insofern muss man also die Mine erobern und vermutlich relativ schnell danach auch die Siedlung, damit man das voll nutzen kann, die Loyalität erhöhen kann. Außerdem sind natürlich Siedlungen wichtig, weil es dort Reparaturwerkstätten gibt, weil wir dann dort reparieren können. So, jetzt gibt es mehrere Minen. Also, wir haben hier eine Mine und hier ist Fleetown mit Hafen und Stadt und Reparaturwerkstatt. Dann haben wir hier eine Mine, sehr reich, mit ebenfalls einer Stadt, die sogar noch etwas größer ist. Hier scheint sogar ein Feld nicht besetzt zu sein von Feinden. Der Vorteil hier ist, dass man hier erstmal alles klären kann und dann erstmal eine ruhige Ecke hat. So könnte man es vielleicht beschreiben. Und wir haben da oben eine Mine, auch einen Hafen, aber da ist ein bisschen unklar, wo eigentlich die nächste Stadt ist. Vermutlich diese hier und das finde ich nicht so attraktiv, ehrlich gesagt, weil das ein langer Weg ist, da muss man sich komplett durchkämpfen. Hm, reiches Vorkommen. So, das heißt, ich würde sagen, entweder hier hin, hier landen, Mine erobern, zur Stadt durchlaufen oder hier unten hin. Hier landen, Stadt erobern, Mine erobern und dann erstmal den Kram besetzen, um quasi eine gute Basis zu haben. Das wäre jetzt meine Idee. Ich gucke mal ganz kurz nochmal, was wir eigentlich noch für Quests haben. Das wäre ja auch nochmal relevant. Die obere Mine könnte aber auch zur Ernie gehören, wenn ich die Felder richtig gezählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, ja, das ist die Frage, wie das gezählt wird. 1, 2, 3, 4, naja, wenn das so gezählt wird, könnte es zur Ernie gehören, ja. Das ist auch eine Möglichkeit, aber ich finde es irgendwie super unattraktiv, sich hier so durchzuvorstellen. Aber das hatte ja jemand das letzte Mal schon angedeutet, dass das möglicherweise eigentlich das nächste Ziel ist. Aber irgendwie so intuitiv finde ich es irgendwie doof. Ich weiß nicht, warum. Okay, also jetzt keine harten Spoiler oder so, sondern einfach nur so Bauchgefühl, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass wir jetzt groß was falsch machen. Können. Haben wir für einen Quadrant eine Quest? Nee, nicht wirklich. Ab in den Süden. Der fette Totenkopf bedeutet, dass da Truppen der Ligion rumlaufen, die anfangen zu nerven. Pass mal auf, ich bin ja in meinem Angespielt hier gelandet und dorthin gegangen. Und das kenne ich insofern. Ich denke, um jetzt heute wirklich was komplett Freshes zu haben, werden wir hier landen. Wir werden an diesem Strand landen und diesen Hafen befreien und dann zur Mine gehen. Das ist unser Job heute. Und dann gucken wir mal, was passiert. 20 Stunden, 16.57 Ankunftszeit. Kosten sehen wir nicht, aber wird schon. Hier gehen wir über, oh, warte mal, hier geht's an, es könnte sein, dass wir, warte mal, warte mal kurz. Nein, 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 nein. Lauf doch nicht. Abbrechen heißt doch, dass du, okay. Ich dachte, man kann stehen bleiben. Scheiße. Das ist natürlich ein Problem, dass es so aussieht, als ob man hier nicht direkt durch kann, sondern sich hier auch noch durchkämpfen muss. Dann müssen wir direkt hier landen. Was vielleicht ein Problem sein könnte. Scheiße, ich habe die Reise abgebrochen. Kann man jetzt nicht den Abbruch der Reise auch abbrechen? Ich habe nicht gespeichert. Was meint ihr jetzt? Jetzt könnt ihr das Spielmechanik Kenntnis. Wenn ich jetzt hier durch so ein Feld mit Boot durchfahre, ist das dann feindlich? Kommt es hier irgendwie zu Gefechten? Landen wir dann hier an diesem Hafen? Oder kann man da durchfahren? Ich lande in J8. Speichert es nicht, bevor ich losfahre? Ich weiß nicht, warum sollte es speichern, bevor ich losfahre? Wir gucken mal. Es speichert immer. 21,34. Ja. Neuer Tag. Weiß ich nicht. Ich speichere mal Sicherheitshalter bei jetzt. Aber andererseits ist es auch irgendwie lustig, oder? Ich nenne das mal Fail. Nur wenn Feinde dort sind. Ah, das gefällt mir auch irgendwie nicht. Pass mal auf. Dann machen wir... Wir gucken jetzt erst mal, ob dieser Verklicker, ob der irgendwie reparabel ist. Aber das sieht mir gerade nicht so aus. Wobei, das war ja kurz vorher und da haben wir nichts Großartiges gemacht, ne? Hier ist der Befehl nämlich schon gegeben. Aber wir können mal gucken. Vielleicht... Doch, wir sind schon losgefahren. Wir laden mal das hier. Da haben wir ja kurz nur die Waffen geholt. Und der Rest war ja nur Gesabbel. Und dann werde ich das nochmal richtig machen. War jetzt schon... War jetzt schon ein bisschen ärgerlich. War jetzt schon... War jetzt schon ein bisschen ärgerlich. Zack. Äh... Wo ist jetzt... Hallo, Basil? Wo bist du? Hier. In der Werkstatt. So, jetzt erzählt uns das alles nochmal. Tschüss. Goodbye. Wir werden nochmal das Ganze lesen. Mit Kalina, genau. Und... Dann gehen wir in die Satellitenansicht. Und... Können nochmal an denken. So, jetzt, wenn das nicht so easy geht mit dem... Mit der Landung... Hm... Ja... Ist das kritisch, hier zu landen? Im Hafen? Das ist eine ganz schön gewagte Aktion. Ja, ich kann auch nochmal speichern, Leute. Wenn ihr Sky findet. Ich bin nicht so ein Freund von immer zu speichern. Das ist irgendwie lähm. Aber gut. Damit rechnen die nie. Okay. Machen wir das. Hä? Kann man auch... Wegpunkte geben? Ah, so. Geht. Mit Shift. Kalina hat doch das Heft gelesen. Meine Güte. So, auf geht's. So, neun Feinde. Ein bisschen ungewöhnlicher Start. Mal sehen, ob wir es bereuen werden. Okay, wir sehen hier, was uns erwartet. Die Docks von Port Kakao. Klarer Himmel. Keine Infos. Das ist natürlich ein Problem. Wir haben natürlich keine Aufklärung vorher betrieben. Okay. Okay. Wow. Das ist ja mega beschissen. Wir starten ja hier komplett ohne Deckung. Wir müssen ja hier... Oh Gott. Was ist denn das für eine Scheiße? Okay, es wird eine Herausforderung. Keine Infos. Westliche Einsatzzone. Ähm. Ah, wir haben wieder das Dach ein bisschen zur Verfügung. Da kann man was machen. Warte mal. Ich platziere die erstmal hier. Kalina. Können wir... Können wir sie nicht noch umsetzen? Ja. Sie kommt mal nach oben. Äh... Wie konnte ich nochmal hoch und runter machen? Bild hoch und runter war es nicht. Ich will die gleich mal in Deckung bringen. Was willst du? Bereit für einen Kampf. Ah, sind bestimmt keine Gegner da. G und T. Okay, alles klar. Ja? Ich kann die jetzt... Ich kann die jetzt noch nicht in den Hidden-Modus setzen. Das geht erst, wenn es losgeht, Leute. G und T. Aber sicherheitshalber gehen sie hier mal ein bisschen in Deckung. Monika Sundergaard hier. Wie auf dem Präsentier-Teller. Ja, ich gebe es zu. Okay. Warte mal. Kopfjagd. Das Team muss fünf Kopfschüsse erzielen. Warum steht da MD, wenn hier steht das Team? Lasst sie leiden. Stone. Das Team muss drei Feinde mit Angreifen auf den Unterleib töten. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal ganz genau um. Oh Gott, ist das unübersichtlich. Was ist denn das für eine schreckliche Karte? Hier ist irgendwie so eine Fischfabrik. Okay, das wird das totale Chaos. Hier ist so ein Hafenbecken. Ja. Hoffentlich kriegen wir Carlina oben vom Dach wieder runter. Ich läd mir gerade mal so auf. Wie kommt die da eigentlich hoch und runter? Das ist ein Gebäude mit einem Obergeschoss. Tendenziell auch so ein bisschen gefährlich. Hier haben wir irgendwie so einen Turm. TG, warte mal. Sehen wir aber noch nicht so richtig, was hier los ist. Das ist ein Kran, okay. Der wird wahrscheinlich ja nicht als Turm benutzt werden. Hier hinten ist das Hafengelände durch. Gott, dieser Schrotthaufen. Das sieht ja alles scheusslich aus. Okay, die kommt easy vom Dach. Na gut, dann würde ich sagen, Carlina muss erstmal runter. Das ist nicht Carlina. Alles klar, so geht das. So, ich fände es ja gut, wenn wir jetzt mit unseren Scharfschützen gewähren. Erstmal direkt einen erledigen, der hier vorhin langgegangen ist. So, als kleiner Auftakt. Ansonsten könnte es vielleicht helfen, wenn wir uns alle hier hinstellen, in der Hoffnung, dass von der Seite keiner kommt. Sonst gibt es ein Problem. Ich würde sagen, wir lassen Blutten mal ein bisschen vor. Vielleicht wäre ja hier im Moment gar kein Gegner in sich. Sind hier alle abgehauen? Naja, was heißt vom Steg runter? Die sind ja... Ich sehe jetzt hier auch keine superoptimale Position. Die halbe Karte ist ja ein Steg. Was soll man machen? Ich sage nicht. Was soll ich meine drei oder so leggen, das wäre schön. Ich gehe jetzt gar nicht Mal hinüber. Ich gehe ansonsten. Ich gehe ansonsten. W 那 volontär als ein protectionist. Ich gehe aus. Die goalen. So, da haben wir einen Gegner. Der könnte jetzt kommen. Wir gehen mal auf Bands. Okay, da hinten. Nee, das ist kein Gegner. Wenn ich klein war, würde ich von allen erledigen. Au, da oben ist ein Gegner. Interessant. Ich meine, wenn sie den erledigt, der wird nicht gesehen. Das könnte auch ein schöner erster Schuss sein, oder? Der Schuss sieht nicht, dass er das kommt. Wir sind ein bisschen außer der Reichweite. Aber es ist okay. Ich denke, wir werden es probieren. Wir werden einen schönen Kopfschuss versuchen. Der erste Schuss triggert keine Gegner, weil wir einen Schalldämpfer haben. Die dürften den nicht hören. Die einzige Gefahr ist, dass die Leiche gesehen wird. Aber da die auf dem Dach steht, sollte das kein Problem sein. Was? Er geht runter? Alter! Alter, habt ihr das gesehen? Das wäre, das wäre der absolut geile Schuss gewesen. Aber in dem Moment geht er runter, sie erschießt ihn und er guckt aus dem Fenster und sieht, wie er da erschossen wird. Das kann doch nicht wahr sein. Das kann doch nicht wahr sein. Das ist natürlich jetzt sehr unglücklich gewesen. Naja, ist erstmal okay. Gut, blöd ist, dass Kalina jetzt natürlich hier vorne steht. Der hat uns aber jetzt komplett noch nicht gesehen. Das ist gut. Wo ist es denn noch? Der ist noch ein zweiter Feind. Der ist auch alarmiert. So, das heißt, Banz ist da hinten. Ja, eigentlich in einer coolen Position. Aber ich hatte halt die Hoffnung, dass hier jemand drüber läuft. Ich würde sagen, Banz hält nochmal diese Position. Sie könnte Überwachung machen. Und genau diesen Bereich abdecken. Kann ja schon sein. Ich meinte, der muss ja, wenn er uns sieht, muss er entweder da lang kommen oder hier lang kommen. Äh, versuchen wir es einfach mal. So. Alles gut. Ich sehe auch, dass sie zwei Gegner sieht. Leute, lasst mich einfach mal ein bisschen entspannt spielen. Ich spiele es nicht zum ersten Mal. Alles gut. Ihr braucht mir jetzt nicht auf Banalitäten hinweisen. Okay. So, jetzt ist aber die Frage, wo haben wir hier Deckung? Und wie lösen wir das, die Sache? Leider kann ich Kalina nicht wegnehmen dort. Blatt. Wie ist denn das hier? Kann man hier irgendwie rein? Hier scheint ja keiner zu sein. Das heißt, wir könnten zum Beispiel hier hingehen. Das ist kein schlechter Ort. Wir könnten aber auch in die Hütte reingehen. Wobei, ich bin mir nicht sicher, ob man da durchschießen kann. Ich meinte, da ist irgendwie sowas. Nee, da kann man nicht durchschießen. Mit Barry wäre ganz cool, hier hinzukommen. Ach so, man kommt hier nicht durch. Warum kommt Barry nicht? Ach, die haben sich hier alle gegenseitig verbaut. Okay, verstehe. Das heißt, erst muss MD irgendwie weg. Oh, das wird knifflig. Gut, MD kommt erst mal hier hin. Hat direkt mal Beweglichkeit erhalten. Dann ist Blatt hier. Ich tendiere dazu, mit Blatt erst mal hier reinzugehen, um mal erst mal eine Position hier zu haben. von der wir, ja, schlag ruhig die Fenster ein, wenn ihr alle heimlich seid. So, und ich glaube, wir machen mal Entdeckung gehen. Dann hat er schön viele AP das nächste Mal. Barry wäre cool, wenn er hinkommt, aber Barry ist zu lahmarschig. Ja, das heißt, Barry bringen wir erst mal hier hin. Und von dort kann er vielleicht das nächste Mal wirken. MD war der Kunstschütze, so würde ich ihn nun wahrlich nicht bezeichnen. Ja, wir müssen sich auf der Position bemerken, bevor es zu tun ist. Und ich würde fast sagen, dass Stone einfach hier erst mal verborgen bleibt und dann sehen wir weiter. Und jetzt gucken wir, was die Gegner machen. Es ist besser, wie Sie? Der ist direkt hinter Blatt gelaufen, was ziemlich dämlich ist. Das ist das Schlimmste, was man machen kann. Hier ist allerdings keiner lang gelaufen. Der ist da hingekommen. Das ist doch okay. Genau in der Schusslinie von Kalina. Ja, perfekt. Dann würde ich sagen, haben wir da hinten noch einen in Sicht? Kalina wird hier erst mal anvisieren. Das Blöde ist jetzt ein bisschen, dass wir das nicht sehen. Aber es ist genau perfekt eigentlich für sie. Gehen wir volle 10 von 10. Ja. Easy. Gut. Jetzt ist immer die Frage, wie macht man es mit... Wie macht man es am besten mit Blatt? Ich meinte, das Werfen macht 22 Schaden, der Nahkampfangreif macht 22 Schaden. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht zu werfen. Insofern wird durchbohren, damit auch noch die Rüstung. Wir können auch direkt in den Hals. 31 Schaden, warum nicht? Kurz. Jo, alles klar. Äh, Unterleibwegen-Quest. Stimmt. Ja, ihr habt recht. Okay, das lief ja erst mal hervorragend. Ja, ein Scherge drüben. Ich würde sagen, da bringen wir Buns irgendwo in Stellung. Vielleicht, von wo könnte sie den gut abzielen? Ja, da kommt sie nicht durch, ne? Zwei Gegner, die da hinten rumlaufen. Wir brauchen aber nur eine gute Position für die. Theoretisch könnte man auch hier vor, aber das ist für die Scharfschützen fast ein bisschen zu. Man könnte von hier schießen, man weiß aber nicht, was da ist. Ist mir ein bisschen zu offen. Hier ist noch eine Zivilistin, mit der man reden könnte. Ansonsten sind das hier schon gute Positionen, hier jemanden zu haben. Von hier ist wahrscheinlich keine Schusslinie. Wie kann ich die anderen in Positionen? Ich denke, Barry, geht da hin. Looten machen wir später, denke ich mal. Blood wird von hier, glaube ich, rüberspringen. Der wird rüberspringen können, oder? Von dort, dorthin, ich weiß nicht genau. Okay, es sind drei Schergen, die sich in die Richtung bewegen, das ist interessant. Dann würde ich sagen, Buns bewegt sich dorthin. MD present. Quiet and efficient. Die laufen darüber, okay. Und der steht dort. Es ist möglicherweise schon ein Schusswinkel für für Carlina. Aber er ist jetzt wieder aus der Reichweite. Jetzt müsste sie ihn sehen, oder? Ja, es wechselt immer gerade so. Insofern nicht der beste Ort für sie. haben wir hier irgendwo noch eine Deckung. Wir gucken mal. Ein bisschen zu weit weg. Sie hätte es aber vielleicht drauf. Ich bin aber unzufrieden mit der Position. Hier steht sie relativ einsam. Kommen wir von dort, dorthin? Wir kommen von hinten ran. Versuchen wir es mal. Ich will not make a noise. My Babushia taught me to want this way. Hat sie noch jemand anderes in sich? Nee. Let's take a look. Okay. Bessere Position. Damn. Aber sie sieht ihn nicht. Oh, ernsthaft? Kann er mal ein bisschen nach links gehen? Hä? Das müsste doch eine Sichtweite sein. Warum wird das nicht angezeigt? Nee. Irgendwas ist im Weg. Die Ecke ist im Weg. Schade. Vielleicht gehen wir einfach zu Bunz rüber. Aha. MD sieht die anderen. Aber Bunz nicht. Stone sieht sie. Ich bin mir nicht sicher. Nee, beim Anvisieren lehnt sie sich nicht um die Ecke. Jetzt kommt er ein bisschen nach vorne. Wir müssen hier die... Mary Unger. Warum sieht MD... Ach so. MD kann von dort da rüber gucken. Ready to, ähm... do stuff. Und wen siehst du? Du kannst den sehen von dahinter? Was ist denn das für ein Quatsch alles? Alles sehr merkwürdig. Äh, pass auf. Dann geh zum Fenster. Von dort müsstest du bessere Sicht haben. Oder auch nicht. Vielleicht muss ich aufstehen? Auch nicht. Die sind alle weg. Leute, ich kriege hier keinen Schuss. Jetzt kommt jemand. Jetzt kommt jemand. Bunz. Siehst du den auch so? Ja. Okay, das wird unser Auftaktschuss. Easy. Easy, sagt sie. Perfekt. Okay. So, der hat sich schon mal gut positioniert. Der ist jetzt aufmerksam geworden. Jetzt hat Kalina Sichtkontakt. Ganz merkwürdig. Aber das nutzen wir natürlich. Nee, hat sie nicht. Sie hat auf den da hinten. Doch, hat sie. Okay. Okay. Nächster Kopfschuss. Unterleibsangriffe. So, wir haben dort einen. Der wird jetzt Panik schieben. Barry ist im Weg. Barry wird hier hingehen. Stone hat er. Kann er leider keine Overwatch machen von dort aus. Barry Unger. Ich glaube nicht, dass er hier rüberlaufen wird. Wir gehen einfach in Deckung. Rücken einfach hier ein bisschen nach. Gehen auch in Deckung. MD rückt auch ein bisschen nach. Das ist jetzt irgendwie kein Problem. Wir lassen erstmal den Gegner kommen. Mal gucken, was passiert. Okay, der läuft darüber. Könnte noch was für Bunz sein, würde ich sagen. Bunz hat den im Blick. Insofern. Tja, Leute. Barry als Stufe 3 erreicht. Sehr schön. MD, Treffsicherheit, Ungeschicklichkeit erhalten. Hervorragend. Okay. Ich habe nicht ganz mitgezählt. Habt ihr mitgezählt? Wie viele Feinde haben wir gerade erledigt? Das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den man immer mitbedenken muss. Ah ja. Wisst ihr was? Wir sprechen mal kurz mit der Zivilistin. Fünf. Okay. Das heißt noch... Ah, alles klar. Das heißt, wir haben noch vier Gegner vor uns. Gut. Wir wissen nicht, wo die sein können. Die Dorfbewohner verstecken sich hier. Insofern müssen wir vorsichtig sein. Ich würde sagen, wir schicken erst mal Blatt ein bisschen vor. Kein Problem. Der mal ein bisschen die Gegend auskundschaftet. Copy that. So, mal gucken, ob wir so eine Unterleibstötung irgendwie noch hinbekommen. Ich will es jetzt nicht auf Zwang machen, aber mit unseren Scharfschützen wäre das sicher möglich. Ja, komm. Wir nennen das schon mal mit. Okay. Das heißt, hier scheint es erst mal relativ sicher zu sein. Ich würde die ganze Bande dann jetzt erst mal hier hinbringen. Oh, du hast jemanden gesehen? Ah, okay. Auf der Seite. Ja, dann sollten wir ein bisschen aufpassen. Vielleicht gehst du mal zurück. What did you do before the Légion? Oh, wir hören uns. Das fucked up. Wasn't so bad until the new government started preaching shit about peace and democracy and outlawing looting. So, I quit. Ran off with me gun here. You? Private sector, heh. Blood Diamond Gang. I've heard they're pretty tough. Yeah, and dumb as fuck. Of course they are. They brought someone like you into the gang. Didn't they? Well, fuck you too. Gut, also da sind mindestens zwei und da ist einer. Der eine ist jetzt allerdings auch schon wieder verschwunden. Ja, ich hätte mal Lust mit Blood. Man kann, glaube ich, auch mit ihm einen heimlichen Messerkill machen. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber würde ich gerne auch mal probieren. Allerdings, warte mal, der lief darum, ne? Da kommen wir wahrscheinlich nicht so einfach rauf. Da kommen wir nur von hier rauf. Oh, Lazzi zwei. Oh, scheiße. Die kommen runter. Oh, die kommen runter. Äh, das ist ein bisschen ungünstig. Da würde ich sagen, banns mal hier an die Ecke. Okay. So, ich würde gerne erst mal den da drüben erledigen. Ist aber ein bisschen risky, dass sie das alleine macht. Das gefällt mir eigentlich nicht so richtig. Shit! Sie wurde, glaube ich, entdeckt, oder? Kann das sein? Ja, aber ein Unterleib Ach, Leiche gefunden. Na, okay. Alles klar. Ähm. So. Das Problem ist, Unterleib macht Unterleib Unterleib macht halt kein Kill, ne? Das heißt, und gerade wo sie jetzt da alleine steht, gefällt mir das ehrlich gesagt nicht so. Wir machen lieber einen Kopfschuss. Soweit zu diesem Thema. Okay, das ist jetzt eine leicht unglückliche Situation. Sie ist dort alleine mit dem Typen. Naja, das war nicht so gut gemacht. Hm. Wie lösen wir das Problem? Sie muss Hilfe bekommen. Unterleib macht mehr Schaden als Oberkörper. Ja, aber nicht mehr Schaden als Kopf, ne? So, das ist jetzt sehr übel. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob Bunz, vielleicht hat Bunz eine Chance. Von hier aus, nee. Wir können es mal probieren. Da sieht sie noch nicht mal die Gegner. Das Blöde ist, wenn wir uns hier jetzt hinstellen, dann kommen die anderen hier runter und fallen uns in den Rücken. Das ist also jetzt eine ganz unglückliche Situation, in die ich jetzt hier gestolpert bin, weil ich zu unvorsichtig war. also zu selbstsicher nach den Anfangserfolgen hier. Wie lösen wir das? Ich meine, man kann vielleicht hoffen, dass sie klarkommt alleine. Ich weiß gar nicht, hat er sie, ist Kalina, ist aber jetzt entdeckt, ne? Hochklettern. Ja, aber da hat sie ja auch nicht so richtig Sicht, ne? Beziehungsweise, dann kann sie erst recht von hier gesehen werden. Ich glaube, das ist jetzt noch eine blödere Sache. Am liebsten würde ich Blatt hinschicken, aber der braucht ja auch ewig, ne? Was ist, wenn er aufsteht? Wie weit kommt er dann? Ach, schaut mal, kommt er bis hier rüber, was schon ganz cool ist. Ist bloß nicht in Deckung. Aber wisst ihr was? Wir riskieren das einfach mal. Wir machen einen Sprint von Blatt hier drüber, in der Hoffnung, dass die anderen ihn nicht aus dieser großen Entfernung treffen. Oh Gott. Ah ja, was haben die, was haben die für, die haben ja nur Pistolen da, ne? Ja, das ist okay. So, dann wissen wir auf jeden Fall, was da oben auf uns wartet. Insofern wäre Hochklettern jetzt keine gute Idee. Hm. Man könnte uns hier hinstellen. es ist eine miese Situation. Wir könnten mit ihr auch Overwatch machen und wenn die dann reinlaufen, falls sie da reinlaufen, kriegen sie was ab. Wäre aber vielleicht eher mit seiner AK noch besser. Das Blöde ist, wir haben die so beschissen aufgestellt, ey. Barry nach vorne. Na, ich bin mir nicht sicher, ob die so nah ranlaufen, ehrlich gesagt. Es wäre cool, wenn Barry hier reinlaufen könnte. Dann würde das nächste Mal ganz gut wirken. Wir gucken mal, wie weit er kommt mit dem Stehen. Ja, passt mal auf, das machen wir. Ist auch ein bisschen risky, wenn die da rankommen, aber wir versuchen es mal. Ist er noch verborgen? Und entweder Stone oder Bunz macht jetzt hier Overwatch. Ich würde sagen, lieber Stone mit der AK ist, glaube ich, wirksamer. Aber dann stellt sich die Frage, ha, schaut mal, hier oben ist ein ganz netter Platz eigentlich. Versuchen wir das mal. Von dort hätten wir auch eine Granate werfen können. Ist natürlich auch extrem exponiert, aber es ist halt ein bisschen Deckung. So, wenn wir jetzt freuen. Trivial. Wir könnten Kill machen, aber dann hockt sie halt und ist sehr angreifbar. gut Ambush Position. Wir machen's. Okay. Einer ist hin. Haben wir noch einen? Stone ist lahmarschig, der kann da nicht hin. Stone geht jetzt hier und macht Überwachung in dem Bereich. Ja, er, das bringt nichts. Er wird hier hingehen. unter Deckung gehen. Und damit haben wir alles getan. Und dann wollen wir sehen, was passiert. Der läuft tatsächlich runter. Sehr gut. Ah, der geht auch dahin. Ist okay. Lief doch ganz gut. Lief doch ganz gut. Dann würde ich sagen, versuchen wir jetzt mal einen Schuss in. Ah, Unterleib ist jetzt nun gerade doof. Wegen der Mauer. Versuchen nochmal einen Kopfschuss. Ja, okay. Also die Sniper sind schon absolut krass. Krass. Unterleib ist wieder doof wegen Deckung. Okay. das war's. Ja. Ja. Sag mir das. Es sah schwerer aus als gedacht. Ja, wie wurde es gestern, äh, wie wurde es das letzte Mal gesagt? Zwei Sniper sind OP. Aber, ja, Leute, so ist das Spiel, ne? Es war, es war auch gut gemacht. So, okay. wir plündern erst mal. Ach, Kopfschuss und ein Messer, ja, krass. Okay, eine Browning. Wir nehmen erstmal alles, würde ich sagen. Wir fangen mal hierhin systematisch an. Ähm, wir gehen, richtig? Locked. Brechstange. Wer hat eine Brechstange? Oder wer kann aufschließen? Warte mal Schloss knacken. Technik Check fehlgeschlagen. Barry, Brechstange. Ja, perfekt. Ein Stahlrohr. Barry Unger. Flakweste? Äh, Wer hat noch keine? Ups, das war Quatsch. Warte mal, nochmal zu Fakt. Jetzt stehen wir da drauf. So, ich glaube, MD ist der einzige ohne Rüstung. Ja, dann kriegt er jetzt die. Sehr schön. So, was ist hier? Hier ist, ah ja, wieder die gleiche Frage. Hier muss man irgendwas erstmal deaktivieren, aber das sieht jetzt nach Dynamit aus und das deswegen sieht mir das nach Barry aus, oder? Würde ich jetzt so interpretieren. Versuchen wir es. Hervorragend. Oh, 41 Schaden. Was heißt 3 WB? Achso, 3 Wirkungsbereich. Die ist ja dann deutlich besser als die Stabgranate. Sehr cool. Können wir vielleicht sogar austauschen. Ja, genau, eine Sprengstofffalle. Deswegen habe ich auch Barry vorgeschickt. Barry Unger. Hier können wir mit jemandem reden. Das sollten wir jetzt mal langsam tun. Back when I was a coffee bean, guys couldn't decide if they wanted to sleep with me or wet their pants and run. Wow. I feel seen and attacked. MD fühlt sich gleich persönlich angesprochen. Rohrbomben mit Schwarzpulter. Okay. Da hinten haben wir was. Ja, die MP, die können wir gleich zerlegen. Hier scheint erstmal nichts zu sein. auf mein Weg. Sure. Da können wir noch ein Gespräch führen. Boah, es ist ganz schön aufwendig, jetzt hier die Karte abzuchecken. Mit Sicherheit. Fiese Trudi ist hier. Na gut. Let's go. Reden wir erstmal mit der fiesen Trudi. Ich denke, es gibt ein paar Itäme, die wir nutzen können. Brechstange, Bauteile. Sure, wir kommen da. Okay, das ist, was? Fuck off? You call yourselves a gang? Ha! The coffee beans were a real gang. You are just a bunch of mercenaries. Yes. That is the literal name of our chosen profession. Hm. I remember when the coffee beans stole the Oh. Ah. What was that thing? Anyway, we had to kill every single one of the acts. Oh, what did they call themselves? My memory isn't what it used to be. Wäre es nicht besser, die Waffen vor dem zerlegen zu entladen? Hm, ja. Waiting for orders. Wenn das nicht automatisch getan wird, wäre es... We are advancing. Wahrscheinlich besser, ne? Wird automatisch hinzugefügt. Das wäre auch wirklich... We have agreement. Ein bisschen komisch designed. wenn das nicht so wäre. Let's keep moving. So. Schaut mal, hier ist irgendwie so ein Ausriss. Oh, hier ist ein Waffenladen. Krass. Aber es sind offenbar nur angemalt. Wir gehen. Wir gehen. Normalerweise müsste man sie ja mitnehmen können. So, die irre Hannah. Oh, ist hier richtig Leben in der Bude. Hier ist eine Kneipe. Okay. Was ist da oben? Na gut. Gehen wir mal hier in die Kneipe rein. Headshot Who? What's up? I've never seen you here before. You like to gamble? Yeah, I bet you love it. They call me Headshot Hugh. You can call me Headshot or Hugh. Just don't call me Headhole. That shit ain't funny. Headshot who? Yeah, it's a wild story, man. I got shot in the head and survived. Now I got this hole that goes right through my brain. It's crazy. Okay, er hat, er wurde in den Kopf geschossen. Ach, du Schreck. Ich dachte, er hat es bei Anna gemacht. The odds of surviving something like that are astronomical. Fascinating. You don't believe me, do you? Come on. Bet some money and I'll show you. 400? Ja, soll er uns zeigen. You guys are Mercenaries, right? Headhunters? Yeah, yeah, yeah. That used to be my gig too. But then I took a bullet in the head. See the hole? All the way through. Klaue ich nicht. Oh, this is exciting. May I examine it? You should know that you are extremely lucky. I mean, bullets almost never make such a precise exit hole. They usually, um, splash up everything because they tumble through tissue. Yeah, right. I'm the luckiest man alive. That's who I am. Now, please pay up. That we can throw some dice and you win your money back in no time. Oh my God. That zocked uns hier wirklich ab. Erzähl uns mehr about Headhunters. Well, they're like you. Back when the Civil Wars started, this country was straight burning. The police were fighting from one side or another so they paid people like me and my boy Lurch to hunt criminals, thieves, murderers, rapists, you name it. but these days the scumbags we once hunted down now control the Ajani. All the Headhunters are gone. Me and Lurch are the last ones and we're retired. But we still got some information that might be useful. Mmhm, information. Okay, aber erstmal was los mit stimmt mich mit Lurch oder Lurch. Headshot. Same as me. That damn bullet ricocheted after it left my head and hit his big noodle too. But check this out. The dude was wearing a helmet. Must have rung his bell hard because I could still talk like I always did but now he's a retard. Oh, God. Actually, the accepted term is intellectually disabled. Know what it was before that? Retard. Before that, moron. Before that, idiot. And before that, simpleton. The term ain't the problem. It's just the people using it. You think I'm busting on my boy Lurch? Well, no. But if that's the case, say we become friends. Could I refer to you as my name? Oh, Gott. Gleich sprachphilosophische Auseinandersetzung. No. I'm just messing with you. But seriously, no. Anyway, I say it with love. He's my partner, my boy. It just makes it easier to use one of those old words, when I got to remind me I ain't pissed in a while. Well, fuck it, right? Life is just a big joke. Lady Luck loves to play pranks on people and so do I. So. Was für scherze. Mostly on Lurch. It's just harmless fun. His memory is all jumbled up. So stuff that happened 20 years ago could have happened yesterday. It's all the same name. Hey, you guys want to hear about a prank I'm planning? Lurch has this really cool shotgun over there. It belongs to his mother, the legendary Marr Baxter. He doesn't really need it and I'm sure he's forgotten about it. If I could trick him into giving it to me, maybe I can sell it to you. Okay. Okay. Hm, ist Lurch nicht dein Freund? Yeah, damn right he is. He's also slow and gets confused a lot. Having that gun around means I gotta watch him every second. Take that gun away and that's a whole lot of messiness I don't gotta worry about. Das kann ich being dead because he forgot to unload it before cleaning it or some shit. Besides, as soon as it's gone, he probably won't remember it was ever there. A Mop extra? Okay, das scheint irgendwie ein ganz großes Ding zu sein, die Coffee Beans. Ach, das waren Frauen? Baxter now they're the town mascots. Okay. So, was ist der Plan wegen der Flinte? Lurch is like a big ugly child. Look at Mar Baxter walks in and asks him to give over the shotgun. He won't doubt it for a second, even though she's as dead as her son's brain. I can do a good impression of her. So all I need to do is look like her. That's her photo. See that curly red hair of hers? That's a wig. Very popular back in the day, but very okay, jetzt wird's etwas absurd. Wo finden wir die Perücke? Na gut, das wird unterhaltsam. Aber er soll uns erst mal erzählen, was für Geschichten er weiß. 100? 100? 100? Ah, ja, wir versuchen es mal. Die Pläne in der Legion, mal gucken, was er uns da erzählen kann. Also sowas, quasi das, was wir getan haben. Okay, krass. Okay. Hm. Wo der Präsident ist, wissen wir eigentlich schon, aber Leute, es ist einfach zu interessant, jetzt nicht die 200 Dollar auszugeben, wo es, nein, wir wissen, wo der Major ist. Nee, warte, wir haben, wir wissen, wo der Präsident ist, glaube ich, da oben im Gebirge. Fragen wir trotzdem nochmal. Okay, so, jetzt können wir noch würfeln, komm, versuchen wir es, 50 Dollar. Look at you, you got full cribs, five over fours, and all I got is snake eyes, not my lucky day, but I guess it's yours, wanna double up? Wollen wir verdoppeln? 100? Ach komm, einmal verdoppeln wir. Ah, your four of a kind beats mine. Damn. You got some luck on you today. Let's double up again. Der hat schon so viel an uns verdient. Nee, jetzt sagen wir Tschüss. Watch your head. Ja, er hat uns nicht ausgetrickst. Okay, sehr interessant. Das ist Lurch, aber Lurch, das hilft uns ja nicht, obwohl wir können mal mit, ach so, und da oben ist die Schrotflinte. Oder suchen die mal. Eine Auto-5-Schrotflinte? Reden wir kurz mit ihm. Hey, hey. Okay. Die Docks von Port Kakao werden in der Nacht des 15. April von der Légion gestürmt werden. Wartet mal. Das ist in drei Tagen. Okay, krass. Bemerkenswert. So, hier kann man doch irgendwie, es ging doch hier offenbar irgendwie hoch. Aber ich sehe nicht, wie und wo. Gibt es denn außen? Ah, hier ist noch was. Infos für großer Wald bekommen, das ist gut. Keine Ahnung, wie man da hochkommt. Das ist Granti. Da oben ist was, aber ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Wir gucken uns mal die Außenansicht an. Über die Leiter hoch? Nee. Hä, hier ist doch keine Treppe. Wie kommt man da rein? Na, wir gucken mal. Ah, da außen ist eine Treppe. Alles klar. Okay, eine leichte Tarnrüstung. Die nehmen wir erstmal mit. Die werden wir später entscheiden, ob das was ist. Hier ist noch was. Eine Winchester. 1894. Eine 6% Crit Chance. Einmal 43 Schaden. Auch interessant. Oh, da gibt es viel zu entscheiden, Leute. Da gibt es viel zu entscheiden. So, die irre Hanna. Spreng ich mal mit der. What? What? Speak louder, for fuck's sake. Ach so, das sind, das sind alles die alten von, jetzt kapier es langsam, die alten von der, von der Gang. We will do. Das ist schon eine lustige Geschichte. Oh mein Gott, was hast du denn für ein Gewehr? So, Bauteile gerne genommen. Hier ist noch ein Rucksack. Mollys? Irgendwas brennbar machen? On my way. Oh. Okay. Sehr schönes Gespräch. So, was haben wir hier? Es fühlt sich an wie Level 10, wenn man Level 2 ist. Kalina, komm hack das mal. Oh, Barry kann es auch hacken? Okay. Da haben wir Infos gefunden. Was haben wir hier? Nochmal eine Granate, sehr gut. Und hier oben ist auch noch irgendwas. Kalina ist eigentlich die Hackerin, soll sie das machen. Ja. Sehr gut, da musst du also erst rein. Infos Savannküste. Gut. Okay, den Teil haben wir. Hatten wir mit der schon? Die Schnitterin? Die sind doch recht hardcore drauf. Die sind doch recht hardcore drauf. Okay, Leute, jetzt langsam verliert man so ein bisschen Überblick. Okay. Aber ich habe das Gefühl, dass wir hier schon ganz gut abgegrast haben. Gehen wir nochmal in den Bereichen. Ja. Hier ist noch so ein alter Kram. Mit Sicherheit. Aber hier scheint nichts mehr zu sein. Wie du willst. Krass, wie auch der Müll hier im Hafenbecken schwimmt. So, aber... Wir gehen mit Sicherheit. Wo ist jetzt die Geschichte mit der roten Perücke? Das muss doch hier sein. Rote Perücke. Wer hatte die nochmal? Mal gucken wir ganz kurz hier rein in die Notizen. Du findest eine geeignete Perücke im Laden des Schrotthändlers im Sektor Stadt von Porcacao. Und auf dem Kopf der Baroness im Sektor die Halde. Also es ist nicht hier. L8 und L9. Verstehe. Kurzer Check. L9 ist hier. L8 ist da. Alles klar. Das ist noch ein nächster Trupp. Da haben wir wahrscheinlich irgendwas darüber erfahren. Jo. Habt ihr noch irgendwas gesehen? Wo seid ihr? Ansonsten glaube ich, haben wir hier alles abgegrast, wie mir scheint. Ja. Wir haben glaube ich auch mit allen gesprochen. Mir fällt zumindest jetzt nichts mehr auf. Das ist Granti. Warns und Berber sind aufgestiegen. Genau. Darum müssen wir uns jetzt kümmern. Oma Kohani. Mit der hatten wir glaube ich noch nicht gesprochen. We will do. Fällt mir gerade auf. Who the fuck are you? And what the fuck you want? Na los. Is that all that you got? What? Your fucking children. Don't trade swells with me. I've been sworn at by experts. And you are just schoolier police. Wer bist du? I'm granny granny for fuck sake. Everyone knows me. Back when I was in the coffee beans gang. Mothers used my fucking name to scare children or misbehaved. So you're some kind of a boogey man? Boogey woman. So. Erzähl doch mal über coffee beans. The toughest fucking gang in town. In our day we hung out at the high bar. Good old ma backstow running back then. And she would slap any fucker who wanted to start shit. Now she's giving hell only to the devil. And a dumb son is running the bar. Yeah. Fuck off. Ich wollte gar nicht. Warte mal. Wir haben noch nie alles besprochen. What? Verkaufst du Waffen? No, I'm keeping them for sentimental reasons. Of course I'm fucking selling the fucking guns. I am very sentimental about the carbine my babusia used to teach me how to shoot. I could never sell it. What if all these weapons were a gift from your own babusia? Would be a hell of a gift. The rule is you touch something, you pay with money. You steal something, you pay with your fucking life. No reselling to the fucking legion. Or I'll find you and fuck you up. Okay, es wäre natürlich cool, wenn man die alte Gang wieder zusammenstellen könnte. Wir fragen erstmal, warum sie nicht an die Legion verkauft. Fuck no. Or are you going to let the fucking Legion take over my fucking dogs? Natürlich kümmern wir uns darum, aber wir fragen nochmal. Come on. Even the fucking people on the street know about the Legion's grand fucking operation. Those fuckers can't keep a secret, even if their fucking lives depend on it. Which happens to be the case. Was ich ganz lustig finde, dass hier im Text das mit ihre ganzen Flüche überhaupt nicht vorkommen. Das ist ein Messer-Oma, ja stimmt. Okay, das wird ja wild. Können uns die Kaffee-Beans helfen? To be honest, I'd be happy to see the old gang together again. But, well, let's say we did not part on the best of them. Oh, vielleicht kann man sie wirklich wieder zusammenbringen. If I try to talk to Carl Wilma, Kayla, Wood Trudy, Old Vinny, or especially Madonna, there would likely be some blood spilled. Perhaps you can convince those factor Polacks to help fight off the Legion. If they are interested, tell them to come see me. I promise I won't shoot them. Ja, sehr cool. Okay, das geht. Warum ist sie so gemein? Bans will was sagen. Na los, lassen wir Bans was sagen. You remind me of my own Babusha. Is aber Kalina. But she does not use Profanity like you do. Your attitude is not appreciated. You'll take a more civil tone or I will put you in time out. Auf die stille Treppe? Well fuck, don't take a grand small so serious, sweetheart. But I mostly save it for the men. I didn't mean the way that sounded. Anyway, it's just the way I fucking talk. Okay. Goodbye. Die handelt mich an die Alte von Golden Girls. Ah, schaut mal, wir können hier sogar tatsächlich was kaufen, oder was? Schwere Rüstung. 4000, okay. Modifiziertes FN-FAL für 3000, was auch immer das ist. 3 HE Granat für 1000. Modifiziertes RPK für 5000. Interessant. So. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sollen die anderen jetzt überzeugen. Okay, wir müssen jetzt nochmal zu den... ...zu den Ladies zurück. Mal gucken. Parry this! Was? Oh, quit crying. It's just a scratch. So old Gran wants my help cutting up some Legion boys. Well count me in. Die hat uns gehauen. Die hat Blatt gehauen. Habt ihr's gesehen? Alter. Was geht denn hier ab? Sure. We'll get there. So, wartet. Wo sind die anderen Ladies? Gehörte sie dazu? We move with certainty. Ja, gehörte sie. Let's go! Die alte Winnie. I would come, but I don't feel well today. I guess my time has finally come. Och, nö. I know I don't have much longer. Ah, mit MD. I can feel dead approaching. Ne Medizinshake machen. It looks to me like you've got an advanced case of old age. I recommend taking supplements and naps. What? And dying? Then what are we waiting for? Pepperbutton? How can I assist? Sehr schön. Okay, warte. Wir müssen die anderen finden. Wo war denn noch einer? Ah, es war auf jeden Fall... Hier drüben war noch einer. Entstanden? We will do. Sie hat nicht geschossen, aber sie hat uns mit dem Gewählkorb über eine rübergehauen. So. Fuck you, fuck Grant and fuck this town! Warte mal. Ja? Stone hat die besten Überzeugungen. Fuck off! I'm not going fucking anywhere. Warte mal, was war das für ein Check? Hab ich grad nicht gesehen. Fuck off! I'm not going fucking anywhere. Kein Psycho im Team. Fuck off! I'm not going fucking anywhere. Okay. I'm not going fucking anywhere. Anywhere. Okay. Okay. Ja, da können wir dann wahrscheinlich nix machen. Very Unger. Oder ist MD Psycho? Ne, was ist ein Psycho? Ist das eine Eigenschaft, oder was? Ja, ich hab MD nicht in der Auswahl. MD present. Ich glaub nicht, dass MD als Psycho hier gilt. Wir können es mit ihm nochmal probieren. Fuck off! I'm not going fucking anywhere. Stat! Naja, gut. Ready to, ähm, do stuff! Gal Wilma, Kelly, die Schnitterin, die fiese To, die alte Winnie und die irre Ahana. Ja, irgendjemand haben wir doch noch nicht. Gibt's hier irgendwie eine Übersicht, wo wir noch was finden? Irgendjemand fehlt doch. Oder? Die sind doch alle hier. Hm. Hier war, glaub ich, keine von den Frauen. Könnt ihr euch noch erinnern, ob wir noch eine getroffen haben? Wir sind aufwärts. Mir ist schon klar, dass, ja, dass sie keinen Psychologen sucht. Aber MD kommt einem manchmal auch ein bisschen wie ein Psycho vor. Insofern fand ich das jetzt nicht so weit hergeholt. Ich glaub, wir müssen jetzt nicht so unendlich weit gucken, weil wir jetzt eh die eine nicht bekommen. Wir gucken nochmal, wie diese Quest funktioniert. Die Docs. Okay, drei Gangmitglieder der Coffee Beans wieder vereint. Wer fehlt jetzt noch? Gal Wilma? Die fiese Trudy. Gal Wilma und die irre Hanna laufen noch irgendwo rum. Ja, das ist ein bisschen nervig, ne? Ich finde, die könnten mal einfach immer markiert werden. Let's go! Äh, wir müssen einfach nochmal wild durch die Stadt laufen. Wenn ihr sie seht, sagt Bescheid. Das ist Hatcher 2. Das ist eine andere Quest. Da waren wir gerade. Yes. Auf dem Boot war... Ach, stimmt. Ja, richtig. Da war noch eine Frau. Let's go for a walk. Richtig. Ganz am Anfang, ja. Da hatte ich noch nicht kapiert, dass die ja zu den Coffee Beans gehört. Absolut. Ähm... We're going, right? Ja. So. Was brauchen wir hier? Ah! Glenn only wants to see me so she can tease me about my height some more. Hm. Ja? Stone? I guess you're right. Ah, Führungskraft. Being a being means never backing down from a fight. Alright. I'll go and see Gran. So, Galweber ist mit dabei. Vielleicht... Vielleicht muss man ja auch nicht die gesamte Truppe irgendwie zusammen holen. Wir haben jetzt immerhin schon vier Gangmitglieder. Und wie viele sind es insgesamt? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das heißt, es ist nur noch die eine, äh, wo wir kein Psycho bei uns haben. Insofern müsste es das jetzt gewesen sein. Einfach jemanden rekrutieren. Ja. Find ich jetzt ein bisschen cheesy irgendwie. Für diesen Zweck. Find ich jetzt ein bisschen komisch, ehrlich gesagt. Wir werden mal sehen, äh, wie sich das noch ergibt. Ich werd jetzt nicht für, für diese Sache einrekrutieren. Find ich nicht so gut. Barry Ungarn. Barry. Lasst uns den Stufenaufstieg mit Barry machen. Als nächstes. So. Okay. Also. Barry ist jemand, der jetzt Granaten wirft und ranläuft an den Gegner und seine, seine Schrotflinte hat. Was können wir mit ihm machen? Im Kraftbereich. Aufeinanderfolgende Angriffe gegen dasselbe Ziel erhalten einen höheren Genauigkeitsbonus. Hm. Weiß nicht. Blutrausch. Aufeinanderfolgende Nahkampfangriffe. Passt auch nicht für ihn. So. Weisheit. Das ist auch nicht so richtig gut. Geschicklichkeit. Schleichen. Nee. Crit bei Unterbrechenangriffen. Hm. 5% Crit Chance bei jedem Zielen. Hm. Äh. Das allerdings ist ganz cool. Ach nee. Vielleicht oder keine Rüstung. Das wird bei ihm nicht sein. 15% mehr Schaden gegen Feinde mit Status flankiert. Könnte man machen. TP ist bei ihm, glaube ich, eine gute Sache. Ja. Wisst ihr was? Ich glaube, ich gebe ihm 20% TP. Weil er ist mit seiner Schrotflinte meistens vorne dabei. Und das ist, glaube ich, ganz gut, wenn er ein bisschen mehr ab kann. Alles andere überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Da steht noch eine vor der Bar. Okay. Können wir machen. So. Ich würde sagen, wir machen aufgeputscht. Bestätigen. Okay. Und dann haben wir noch Buns. So. Sie. Wir sind hier im 80er-Bereich. Da können wir vielleicht bei ihm was Cooles machen. Weisheit. Werde inspiriert, nachdem du zum ersten Mal im Kampf einen negativen Effekt erlitten hast. Ah nee. Ernste Warnung. Wenn die Moral hoch oder sehr hoch ist, erhältst du eine Chance von 15% mit jedem Schaden verursachenden Angriff Panik zu verursachen. Inspirierender Schlag erhöhe die Moral, wenn du mehr als 50 Schaden mit einem einzelnen Angriff verursachst. Das allerdings passiert relativ häufig, wenn sie im Fernkampf unterwegs ist. Das könnte man machen. Ähm. Das könnte man machen, ja. Was bei ihr natürlich auch geht. Meisterschütze würde natürlich auch super passen. Und Sprinter finde ich nach wie vor auch eine gute Sache. Was meint ihr? Inspirierender Schlag? Also das heißt, wenn sie einen erfolgreichen Catch-Shot macht, zum Start meistens, haben wir gleich höhere Moral. Klingt eigentlich wie eine ziemlich gute Kombi, oder? Joa. Ich denke, wir probieren das mal aus. Weisheit, über 80 haben wir auch nicht so viele. Höhere Moral bedeutet mehr AP. Das ist natürlich sehr stark, ja. Okay, dann machen wir das. So. Gut. Das wäre das. Als nächstes schauen wir uns unser Inventar an und müssen da ein bisschen managen. also wir gucken uns erstmal die Winchester an. Die Frage ist, jetzt haben wir natürlich die Gewehre schön gebaut. Ist die Winchester besser als das Gewehr? Ja. Warte mal, die können wir mal vergleichen. Umschalt. Ja, also natürlich ist der Schaden deutlich höher, aber ich finde die Reichweite, 24 Reichweite, ist halt schon nicht so dolle. 6 AP ist wiederum natürlich gut. Ist die Frage, haben wir da auch Munition für? Winchester ist schon gut. Sonst hieße sie Loosechester. Ja, 3% mehr Kritte. Finde ich jetzt auch nicht so überragend. Haben wir da aber überhaupt Munition für? 0,44 habe ich. Ah ja, hier. Haben wir. Tja. Und natürlich das Problem ist, wir haben die noch nicht modifiziert. Das heißt, und wir haben auch glaube ich keine Linse mehr. Das heißt, es ist auch in der Hinsicht erstmal eine Verschlechterung. Und eigentlich ist es so, dass wir mit dem Gewehr 98 bisher mit den Kopfschüssen halt genug Schaden machen, um die Gegner auch quasi zu One-Shotten. Das heißt, den erhöhten Schaden der Winchester benötigen wir gar nicht, sondern die Reichweite ist eigentlich viel entscheidender. Man kann die Reichweite der Winchester erhöhen, okay. erhöhte Reichweite mit Stahlrohr Bauteilen. Mhm. Reichweite auf 30, ja. Dann ist sie natürlich super, ja. Das gebe ich zu. Aber ich denke, ohne Zielfernrohr auch noch nicht. Und wir haben keine Linse oder keinen Chip. Ich würde sagen, das ist dann so eine Zukunftswaffe. Wir müssen uns einfach merken, wenn wir eine Linse bekommen, dann bauen wir die Winchester um, würde ich sagen. Ähm, MD könnten wir die geben. Ja, ich glaube tatsächlich, das ist sogar eine Verbesserung. Ja, das gefällt mir eigentlich ganz gut. Machen wir. Ja. Ja, kriegt aber erstmal die Standard-Munition da rein. Gefällt mir ganz gut, ja. Die OC können wir noch als Zweitwaffe mitgeben. Gut, das ist das eine. Okay. So. Jetzt haben wir... Müssen wir dieses Stahlrohr, das müssen wir auch immer mit uns rumschleppen, ne? Ah ne, das können wir aber hier stacken lassen. Da gibt es ziemlich viele Waffen. Da haben wir ja noch einen Zeitschalter. Den können wir zusammen basteln. Okay. Mottis weiß ich noch nicht. Ja. Ich denke, eine von diesen Waffen werden wir mal kaputt machen. Holen wir uns lieber die Teile. So viele benötigen wir nur auch nicht. Hier haben wir noch ein Stahlrohr. Das behalte ich erstmal. Rohrbomben... Sind die schon einsatzbar? Okay. Rohrbomben sind schon nutzbar. Explodiert nach einer Runde oder fünf Sekunden außerhalb des Kampfes. Hohe Chance auf Missgeschicke. Fügt Blutung zu. So, das heißt, das sind Bomben, die man wirft, aber die explodieren dann erst später. Ja, das überzeugt mich nicht so richtig, ehrlich gesagt. Werden wir mal so als Notvariante irgendwie aufbewahren. Und dann haben wir noch eine Tarnrüstung. Ich will die mal mit der normalen Rüstung vergleichen. Barry, zeig mir das mal. Geht irgendwie kein Vergleich. 30% Schadensreduktion. SR bei Durchschlag 10%. Das ist dasselbe, bloß dass man nicht so gut sichtbar ist. Mhm. Okay. Nicht schlecht. Wäre eigentlich was für Blood. Blood hat aber die Kevlar-Rüstung. Die finde ich auch ganz gut für ihn. Ja, da gebe ich das Barry. Ist okay. So, damit haben wir jetzt erstmals... Dann kriegt er den 91er. Gut. Okay. Ich denke, da haben wir erstmal alles sortiert. Fällt euch noch was auf, was sinnvoll ist zu tauschen. Sonst bin ich mit dem Stand der Dinge zufrieden. Helm aufsetzen. Ah stimmt, wir haben noch einen Helm. Ja. Absolut richtig. Äh... Wer kriegt den? Blood hat schon einen. Barry hat auch schon einen. Dann kriegt ihn der Boss. Sehr gut. Okay. Gebt ihr zwei gute Pistolen. Wer ist ihr? Kalina wird sie wahrscheinlich kaum benötigen. Kiesel die Tarnweste zu geben? Weiß ich nicht. Nö, glaube ich nicht. Ja, bei ihm... Was hatte er denn vorher? Er hatte die normale Weste. Das Problem ist, ich will ihm keine schwere Rüstung geben, weil man verliert damit die Gratisbewegung. Und ich will ihn nicht noch langsamer machen, weil er muss relativ weit vorne ran an den Gegner mit seiner Schrotflinte. Ja. Bin mir nicht ganz sicher. Okay. Gut. Ich würde sagen, jetzt haben wir viel getan. Speichere ich mal. Wir sind... 3.1. So nenne ich das Ganze. Dann haben wir hier nichts mehr zu erledigen. Halt. Aber wir haben Mails bekommen. Müssen wir uns mal anschauen. Ungelesen. Drei Mails. Okay. 12. April. Der Newsletter. Hallo alle miteinander. Hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Carrie. Légion verliert an Boden. In einer überraschenden Wendung berichten Augenzeugen, dass sich Ernie Island nicht mehr unter der Kontrolle der Légion befindet. Nach Berichten über Gefechte auf der Insel, gefolgt von der Hinrichtung eines Mannes namens Tinheim Mercedes. Scheint es nun, als habe die Légion ihre Hochburgen Fort Le Bleu verloren. Aktuell halten wir widersprüchliche Berichte darüber, wer die Insel jetzt unter Kontrolle hat. Einige behaupten, eine lokale Miliz habe die Légion gestürzt, während andere sagen, unbekannte paramilitärische Truppen seien für den Rückzug der Légion verantwortlich. Mehr dazu weiter unten. Mehrere Berichte zu paramilitärischen Söldnergruppen in Grand Chien. Wir erhalten vermehrt Berichte zu Sichtungen von Söldnergruppen in Grand Chien. Allein innerhalb des letzten Monats haben wir Augenzeugberichten zu schwer bewaffneten ausländischen Streitkräften rund um die Savanne, Ernie Island und in mehreren weiteren Gebieten erhalten. Unsere anonymen Quellen bekräftigen die Sichtungen seien real und Teil der Bemühungen der Adonis Corporation, die eigenen Interessen im Land zu verteidigen. Bisher äußert sich Adonis nicht zu diesen Berichten und verweist stattdessen auf die Erklärung des Unternehmens, sein Eigentum und Personal mit allen Mitteln schützen zu wollen. Interessant. Wir sind, glaube ich, nicht die Einzigen, die hier dafür die arbeiten. Tumult auf dem Karneval. Hier eine lustige lokale Nachricht. Der Karneval der Liebe in Pantagorell wurde durch das Auftauchen von bewaffneten Streitkräften getrübt. Die Berichte über die darauf folgenden Ereignisse gehen weit auseinander, aber es scheint, dass eine Söldnertruppe versucht hat, auf dem Karneval zu kämpfen oder ihn zu infiltrieren. Was dann folgte, war eine wilde Mischung aus Gemetzel und Chaos unter Drogeneinfluss. Über 30 Wagen wurden umgeworfen, mehrere Frauen ohne Erlaubnis oder Bezahlung betatscht, sowie Feuerwerkskörper oder Sprengstoff gezündet. Da das so ziemlich der Standard für den Karneval ist, waren die Einheimischen eher amüsiert als beunruhigt, bis man entdeckte, dass die Karnevalskönigin verschwunden war. Die Ausländer nehmen sich jetzt nicht mehr nur noch die großen Reichtümer dieses Landes, sondern auch noch seine Frauen, so ein Einheimischer. Wie geht es weiter? Wir versuchen, Sachen arrangieren, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Allerdings haben die jüngsten Konflikte einen spürbaren Einfluss auf unseren Produktionsplan. Wir melden uns, sobald die Zeit und unsere Sicherheit ist erlaubt. Denkt dran, niemand bringt den Daily Chain zum Schweigen. Alles Liebe, Carrie. Jo, dann Isabelle Lefebvre, Rezeptaustausch. Ich möchte eine Gruppe gründen, die die alte Tradition des Rezeptaustauschs wieder aufleben lässt. Ich würde zu gerne eure Lieblingsrezepte lesen. Hier erstmal das Originalrezept für die Zwiebelsuppe meiner Oma. Aha, danke. Kommandant, herzlichen Glückwunsch zum Behalt deiner ersten Söldnerbelobigung von AMD fürs Abschließen eines Sonderauftrags. Damit bist du jetzt berechtigt, am Programm AIMSTAR Spezialtätigkeiten und außerordentliche Rendite teilzunehmen, das konzipiert wurde, um unsere aufstrebenden Talente zu unterstützen. Beim Erhalten mehrerer Belobigungen durch deine Söldner wird AIMSTAR dich für deine Bemühungen entschädigen. Die Zufriedenheit unserer Söldner ist eines der langjährigen Ziele von Amy und wir freuen uns, dass auch du dich diesem Ziel verschrieben hast. Hm, was haben wir eigentlich bekommen für diese Geschichte? Ah, das sind... Ja, okay, das war sogar eine Spam-Mail. So, ist hier noch was dazu gekommen? Hm, nee. Gut. Ah, wir wissen, der Major... Okay, es gibt einen Hinweis, dass er sich im Adler-Less befindet und ein Gerücht, dass er sich im Konk de Krokodil befindet. Interessant. Gut. Ich würde sagen, dann ist jetzt das Ziel, endlich eine Mine zu erobern. Und danach müssen wir zur Stadt selbst. Und dann müssen wir diesen komischen Nachtangriff verhindern. Oh Leute, wir haben viel zu tun. Blatt ist angeschlagen, aber wir haben jetzt keine Zeit hier zu pausieren. AMD ist aufgestiegen und man bekommt Geld für erledigte Aufgaben? Nee, AMD ist nicht aufgestiegen. Also hat er vielleicht irgendwie Erfahrungspunkte bekommen. Also aufgestiegen ist er nicht durch diese Aktion. Große Diskussion über welche Waffen hier cool sind. Wir marschieren in die Old Diamond Mine. Plus eins Treffsicherheit. Okay, das ist aber kein Aufstieg. Die haben ja laufend diese kleinen Verbesserungen. Aber klar, ist natürlich nett, kleine Verbesserungen zu bekommen. Uzi versus Pistole-Diskussion. Oh Gott! Warum so schnell? So, wir sind vor Ort angekommen und kämpfen gegen acht Feinde. Ein Raketenträger, ein Überfallanführer, zwei Marodeure, zwei Scharfschützen, zwei Schützen. Äh, 20.46 Uhr. Ich habe keinen Bock in der Nacht zu kämpfen, ehrlich gesagt. Aber es ist vielleicht noch keine Nacht. Klarer Himmel. Das Team muss drei Feinde mit Scharfschützengewehren töten. Das sollte kein Problem sein. Das ist unsere Spezialität. Okay. Das wiederum ist jetzt hier eine ziemlich überschaubare Situation. Wir haben hier eine tiefe Mine, die man nicht so einfach reinkommt. Ah, okay. Alles klar. Links haben wir so einen, haben wir nur Baumstämme, Bretterzaun. Hier so ein Aufsichtshaus. Hier kann man runterklettern. Hier kann man so runtergehen. Perfekter Ort, um von oben irgendwie schön runterzuschießen. Und für mich gibt es nur einen Einstiegsort und der ist da unten. Weil man da sehr gute Deckung hat. Man könnte auch von hier reingehen. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich will gleich hier... Ah ja, von hier geht es auch runter. Ich will gleich hier am Geschehen sein. Ich glaube, das ist besser. Sonst müssten wir im Zweifel hier das ganze Gebiet überqueren. Das ist nicht so schön. Einsatz. So, wir sehen noch keinen. Erstmal alle auf heimlich gehen. Meine Fähigkeiten sind hier verbraucht. Lass uns noch ein paar Herausforderungen. Ah, das sind immer die Kommentare derjenigen, die diesen Auftrag da oben haben. Ähm... Gut. So, wie gehen wir vor? Quiet and deadly as the plague. Ich würde gerne mal hier runter gucken. Aber erstmal hier vorne. Quiet and deadly as the plague. Acht Gegner. Wir sehen hier noch nichts. Acht Gegner. Wir sehen hier noch nichts. Acht Gegner. Wir sehen hier noch nichts. Mit Gott's Worten. Könnte man mit dem Scharfschützengewehr... So ein Gewehr... Oh! Okay. Das wird jetzt interessant. Man könnte jetzt mal so ein Stealth Kill probieren. Ist halt die Frage, ob er sich mal eben gerade wieder umdreht. Ne? Das kennen wir. Wenn wir das machen, würde ich sagen, sollten wir aber erstmal unsere anderen Leute hier mit ranholen. Falls das schief geht, haben wir hier eine gute Deckungsposition, beziehungsweise... Ein paar bleiben hier, würde ich sagen. Bans geht damit rüber. When I was little, I would hide from everyone. I am excited to surprise the enemy agent. Und die stone bleibt auch da. Ich versuche, zu kalt sein. Ähm... Kalt? Wie das? Okay. Kalt. Ich sehe sie, bevor sie mich sehen. So. Wir haben jetzt... Ich habe noch keine so richtige Erfahrung, wie das mit so Stealth Kills funktioniert. Es sieht eigentlich so aus, als ob ich nur klicken müsste. Ausschalten, vorbereiten. Was auch immer das bedeutet. Heimliches Töten. Hals und Arme. Das ist natürlich idiotisch, ne? Also wir müssen natürlich jetzt irgendwie auch killen. Wenn das jetzt kein Kill wird. Also sowas macht man ja eigentlich nur, wenn es dann auch wirklich ein Instant Kill ist. Und nicht nur den normalen 31er Schaden macht. Ähm... Ja... Wir probieren es einfach mal. Wir stechen ihn in den Hals. Okay, wenn ich nah dran bin, gibt es eine andere Taste. Aber wenn ich jetzt Hals mache, läuft er jetzt dahin, ne? Okay. Nähere dich dem Gegner und versuche außer sich zu bleiben. Ah, wir kriegen noch ein Tutorial. Ah, okay. Das ist eine Vorbereitung. Ah, ich verstehe. Und dann geht man hin? Ah, okay. Aber er sieht uns. Oh. Krass. Okay, das war gut. Ja, hervorragend. Ähm... Dann ist er da oben dran mit einem Scharfschütze. Ist die Frage, welche Position... Gucken wir mal mit Bands. Sie hat keine Sicht von dort. Blood hat Sicht... Oh. Okay. Quiet and efficient. Versuchen wir es. Ganz schön weit entfernt. Gibt es noch eine bessere Position. Hier ist überall keine Deckung. Ist etwas unschön. Muss... Muss klappen. Perfekt. Perfekt. Okay, jetzt der da oben auf dem Balkon. Nicht in Sicht. Könnte auch sein, dass er reingegangen ist. Hier mal kurz vor. Ah, doch. Da ist er in Sicht. Ja, aber die Frage ist... Wenn wir schießen und wir schießen daneben, dann stehen wir nicht in Deckung. Das gefällt mir nicht. Gibt es noch eine bessere Position, wo wir den sehen können? Vielleicht von hier? Nein. Ah... Vielleicht von hier. Von da vielleicht. Wenn der auf dem Feind wie so. Nee, aber sie hat andere... Oh. Der hat gleich ein Problem. Wen sieht sie denn jetzt hier? Den Typen. Und den Typen da oben. Der ist ein Scharfschütze. Ich würde sagen, das ist der gefährlichere. Ich würde gerne den treffen. Kann aber nicht mehr zielen. Versuchen wir es trotzdem. Komm. Okay, wir haben drei. Das heißt, es sind noch fünf. Allerdings, sie steht natürlich jetzt richtig doof für den da unten. Das heißt, sie muss da weg. Wir wissen überhaupt nicht, wo die anderen sind. Das heißt, Blood steht da irgendwie ziemlich dämlich. Sie werden mich nicht sehen, bis es zu spät ist. Ah... Geht es nicht. Zeit, meine Nose in den Dumpen zu setzen! Vielleicht finde ich eine Truffel. Okay. Sie geht einfach ein Stück zurück. Damit der Typ da unten sie nicht treffen kann. Und ich denke, die Position ist jetzt hier nicht die beste. Wir müssen erstmal hier rüber laufen zu den anderen. Hm? Ja? Oh, ja. Wie die Mutter immer sagt. Es ist nicht eine Überraschungsparty, Unless der Klau kommt aus einem Kack mit einer Schraube. Kommt er rüber? Nee, er kommt nicht rüber. Hm. Dann geht er mal in Deckung, um dann später zu den anderen rüber zu gehen. So, wir haben MD. Wir haben keine Peilung, von wo wer kommt. Ich lass mal MD dahin stellen und hier... Naja, gut. Die Überwachung ist nicht wirklich gut. Dann lieber Entdeckung gehen. Okay. Ja. Wir müssen erstmal abwarten. Ich hab... Wir wissen nicht, wo die Gegner kommen. Es macht jetzt keinen Sinn, sich sonst wohin zu bewegen. Entdeckung geht nicht, weil er keine Deckung hat. Dann geht er hier in Deckung. Und macht hier erstmal Deckung. Okay. Zugende. Schauen wir mal. So, wie kommt der jetzt nach oben, frage ich mich. Aha. Da kommt jemand raus. Das ist doch schon mal gut für uns. So. Wie machen wir das am besten? Also Banz könnte hier wieder hingehen. Gratisbewegung. Ja, Leute. Es ist, wie es ist, ne? Perfekte Schussreichweite. Kopfschussversuch. So, jetzt haben wir den inspirierenden Schlag bekommen. Sehr schön. Perfekt. Und... Ich würde sagen, sie geht noch einen Schritt zurück. Das läuft. Ja, also tatsächlich ist es jetzt irgendwie relativ dumm. Wie waren wir erledigt? Vier? Jetzt irgendwie so großartig nach vorne zu laufen. Ja? Ich würde fast sagen, Carina ist die einzige, die jetzt hier... Gut, wir können jetzt zum Beispiel hier die Deckungsposition nehmen, sowas noch. Zum Beispiel... Und du gehst einfach nach vorne. Ja... Das reicht dann auch schon. Aber... Er könnte sich selbst verbinden. Vielleicht gar nicht so übel. Mach das mal. Okay. Ähm... Carina. Jetzt die große Frage. Wo schicken wir Carina hin? Es wäre natürlich möglich, hier hin. Aber vielleicht ist es besser, einfach in die Richtung vorzugehen. Gehen. Falls da jemand kommt. Aber ich bringe sie erst mal auf die Decke. Entstanden. Was? Zivilisten bieten zusätzliche Deckungsmöglichkeiten? Oh mein Gott. Kann man sich hinter Zivilisten decken? Das wäre ja sehr skurril. Dieses Ort wird mein Kastel sein. Okay. Das ist Granti. Stone wird... Das ist ja auch nur so eine blöde Deckung hier. Wird er rüberlaufen zu den anderen? Ich versuche, zu kalt sein. M.D. Wirst du mal da hinlaufen? Ja. Sure. Wir trauen uns das. Ein runter. Und Stone geht da rüber. Zivilisten. Oh, wie ausgepowert er ist. Okay. Ein Barry geht auch ein bisschen nach vorne. Und das war's. Zug Ende. Ist auch ein bisschen schwierig, ne? Für die Gegner, die wissen eigentlich gar nicht, was los ist. Wo kommt der Feind? Äh, was passiert hier gerade? Es ist halt ein knallharter Überfall. Ich würde sagen, eine andere Position hier vielleicht. Und dann ist das so. Ich würde sagen, eine andere Position hier vielleicht. Das ist auch eine schöne Position. Aber mit Blood jetzt vorzulaufen, ohne zu wissen, wo der Gegner ist, ist schwierig. Ich würde sagen, ein Fernkämpfer links, ein Fernkämpfer rechts. Es ist glücklicher da, als hier, ja? Okay. Geh in Deckung. Bands kann nicht wirklich weit laufen. Beweglichkeit. Beweglichkeit. Sehr gut. Geh nochmal in die Hocke. Passt. Barry. Geht einfach an die Ecke. Und MD, glaube ich, den schicken wir jetzt nicht unbedingt weiter nach vorne. Na, der Overwatch ist auch für nix. Gehen wir in Deckung. Ja. Stone kommt noch ein bisschen nach vorne. Das passt. Wie Mother sagt immer immer, wenn die Taktik-Situation favorabel ist, dann sieht man die Möglichkeit. Jaaa, komisch, ne? Ich meinte, man könnte jetzt eigentlich doch schon wieder in die Echtzeitsituation kommen. Aber irgendein Feind läuft halt noch ran. Das ist halt die knifflige Angelegenheit jetzt in dieser Situation. Ich würde sagen, wir gucken mal mit Bands um die Ecke. Aha. Aha. Da haben wir doch schon unseren Freund. Nächster Kopfschuss. Der will hoch. Kommt er hoch? Oh! Wie? Ich dachte, inspirierender Schlag geht nur einmal. Jetzt geht's noch weiter hoch. Wir haben eine sehr hohe Moral. 101 Schaden. Alter Falter. Team Moral. Sehr hoch. 2 AP zu Beginn des Zuges. Chance auf Positivität der 24%. Krass. Äh, sind wir jetzt wieder im Echtzeitmodus? Das ist Granti. Ne, wir sind immer noch im Rundenmodus. Okay. Wie sie wollen. So. Dann... ...lucken wir jetzt hier vorbei. Und bleiben dann auch so. Beziehungsweise... Wir gehen mal mit Blatt ein bisschen weiter nach vorne. Hier hin. Kein Problem. Kein Gegner in Sicht. Kein Gegner in Sicht. Dann gehen wir entdecken. Gut, das heißt... Wir können ein bisschen offensiver gehen. Wir könnten auch mit einem Scharfschützen komplett hochklettern. Wäre auch eine Möglichkeit. Kann sie das schon im Stehen, Kalina? Kommt sie da die Treppe hoch? Ja, könnte sie. Allerdings wissen wir natürlich nicht, ob da oben jemand ist. Aber es wäre irgendwie cool. Hinter der Tür steht einer. Das ist doch ein Zivilist, oder? Ach so! Scheiße. Ah, okay. Ja, es ist jetzt ein bisschen unglücklich gelaufen. Ähm... Ja. Okay, das ist jetzt eine sehr skurrile Situation. Die beiden stehen sich auf diese Art und Weise gegenüber. So. Hm. Wie lösen wir die Situation? Blatt ist jetzt in einer ganz doofen Position. Und wir haben ihn auch schon komplett bewegt. Also... Das ist Granti. Stone hat eine Stabgranate. Dazu müsste Kalina natürlich weglaufen. Sonst funktioniert das Ganze nicht. MD hat nur eine Blendgranate. Ist aber auch nicht schlecht im Notfall. Wir müssen auf jeden Fall was tun. Ich würde sagen... Kalina geht hier hin. Entstanden. Wir gucken mal. Ist die Frage. Man könnte zuerst eine Blendgranate und dann eine Stab... äh... dann die andere Granate werfen. Wäre eine Möglichkeit. Moderates Missgeschick. Aber wenn der zurückgeworfen wird, ist das natürlich doof. Vielleicht ist es andersrum besser. Nicht, dass wir... Nicht, dass wir ihn dann nicht mehr treffen. Missgeschick. Oh, Alter. Was bist du denn für eine Flachpfeife? Noch eine. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ja... Mit 24 Schaden konnte man den erledigen. Das war nicht schlecht. Hätte ich nicht... warte. Ich werde versuchen, dass es schwer zu sehen wird. Das ist halt der Boss, ne? So sieht es aus. Gut. Es müssten noch, glaube ich, zwei Gegner auf der Karte sein. Und... Ich vermute mal, die sind irgendwo hier unten. Wir schicken mal wieder Blatt nach vorne. Wir gehen mal hier rauf. Wir sehen aber nichts. Ich stelle mich mal hin mit ihm. Aha. Da sehen wir ihn. Gut. Time to disappear. Banz. Das ist ein Moment. Bisschen Problem natürlich, wenn sie nicht trifft, wie immer. Okay. In Sichtweite. Entfernungsextrem. Aber, Leute, wir versuchen es. Ah? Ah? Ein einfaches Schaden und ein unsuspektliches Schaden. Okay. Anni-Mas-Bot-Head! Der war kein One-Shot. Das ist nämlich der Boss. So, Blatt ist noch nicht entdeckt worden. Aber, als Nahkämpfer kann er da oben auch nicht viel anrichten, ne? Man könnte ihn natürlich einfach runterschicken. In der Hoffnung, dass er da unten dann irgendwas anstellen kann. Versuchen wir das einfach mal. Das war der erste Schuss seines Gegners heute. Das stimmt. Das stimmt. Okay, da hast du eine ganz coole Position erstmal. Bleib mal da. Wer weiß, was wir da mit dir anfangen. Ähm... Bunz hat noch acht Bewegungspunkte. Das Blöde ist, dass wir hier null Deckung haben. Kann sie nochmal schießen? Easy. Easy, sagt sie. Schwerverletzt. Dann wird ein Oberkörpertreffer reichen. Ich riskiere das jetzt. Sie sagt easy. Dann glaube ich ihr. Easy. Das ist halt Bunz, ne? So. Jetzt fehlt aber immer noch einer. Und die Frage ist, wo auf diesem Gelände er sein könnte. Ich kann mir vorstellen, auf der anderen Seite vielleicht. Versuchen wir es. Ich bin in den Bunz gezogen. So, Blatt. Was machst du jetzt? Wie kommst du da hoch? Du kletterst die Leiter hoch. Naja, gut. Gönnen wir dir die Zeit. Beziehungsweise, du musst einfach... Du musst hinterher kommen. Ich glaube, hier hinten ist jemand. Das sagt mir mein Bauchgefühl. Ansonsten laufen wir hier runter, bis wir einen sehen. Ne, Blatt geht jetzt etwa unten rum. Ne, das geht nicht Blatt. Okay, Sonderbehandlung. Du gehst bitte oben rum. Du kannst auch aufrecht gehen. Dann bist du schneller. Nein! Gar nicht alle. Nein, 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 nein. Ah, ich war nie gut bei Hid-and-Seek. Ich schaue für eine Stealth-Kill-Position. bereit für eine Kampf. Wo ist der letzte Gegner? Ich sehe sie, bevor sie mich sehen. Ich sehe sie, bevor sie mich sehen. Ich sehe sie. Kalt und effizient. Observe. Wenn man auf den Schwenken zieht, wie so. Also wir müssen hier runterlaufen. Hilft nix. Irgendeiner hält sich noch verborgen. Ah, da haben wir ihn. Da haben wir ihn. Warte mal, stopp. Observe. Oh, der sieht uns gleich. Egal. Tja, Leute. Ist das trivial? Wie Banz sagt. Ich weiß es nicht. Einkommen aus Minen. Glückwunsch. Du hast soeben eine Diamantenmine befreit. Die Legion wird versuchen, sie zurückzuerobern. Daher solltest du es zu deiner Priorität machen, eine Miliz auszubilden. Minen sorgen für ein stetiges Einkommen, dessen Höhe auf der Loyalität der nächstgelegenen Siedlung basiert. Wenn du diesem Gebiet Kämpfe gegen die Legion gewinnst und den Einwohnern auf andere Weise hilfst, wird das ihre Loyalität und deine Gewinne erhöhen. Wird noch schwerer. Keine Angst. Okay. Alles klar. Gut. Port Kakao. Fünf Loyalität dazugewonnen. Sehr schön. Und wir haben eine E-Mail. Aber ich würde sagen, wir looten erstmal wieder im Unter. Ähm, wir gehen, oder? Wir gehen, ja. Was haben wir hier? Die machen wir kaputt. Hackkram. Was haben wir hier? Ja, das kann beides Kalina machen. Noch eine AK. Ah, warte mal, die ist modifiziert. Was ist das? Was hat die? Oh, die hat ein bisschen was. Gucken wir uns kurz mal an. Prismenzielfernrohr. Hm, weiß ich nicht. Und ein Zweibein. Hohe Genauigkeitsbonus in Bauchlage. Ja, vielleicht doch besser als das Ding, was Stone hat. Mit Sicherheit besser, ne? Ja. Dann können wir die AK aber hier verschrotten. Okay. Das ist so klein, das kann ich nicht anwählen. Infos über großem Wald. Ja, für Stone in alten Bauchläger, genau. Wir gehen? Perfekte Waffe. Ihr habt absolut recht. Let's go! Die Diamantenmine, wo gibt's, also sieht man hier auch mal Diamanten? Entstanden? Always use protective gloves when looting. Uh, und da haben wir die Linse. Und das ist dann schon der Moment, wo wir das andere zusammenbasteln können. Okay. Auch noch mal ne Famas. Die auch noch mal. Das gucken wir uns nachher noch mal an. Das ist, da ist wieder die Frage nach der Munition. Let's go for a walk. Ich finde grafisch ist es echt gelungen. Es sieht wirklich irgendwie schmutzig aus. Altenmaterial. Teile, sehr gut. Let's take a walk. We're moving. Ich kann es mir richtig vorstellen. Ich finde es ist echt... Grafisch wirklich gelungen, dieses Spiel. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt noch rumlaufen sollte. Wir gucken einmal da hoch. Wir haben das. Aber hier scheint nichts zu sein. Wir werden es tun. Sure. Dazwischen vielleicht irgendwie noch. So, da am Gebäude ist wahrscheinlich das meiste dann noch. Und da gibt es ja noch einen, mit dem wir reden können. Du hast es geschafft. Barry ganz vorne. Hier haben wir noch was. Okay, nochmal Bonnies. Ah, der Charakter ist so weit weg. Jetzt haben wir nicht genau gehört, was er gesagt hat. Bisschen schade. Aber irgendwie war er froh. Glaub ich. He-Granate. Können wir noch nicht gebrauchen. Let's see what the Lord in his... Something of great value. Du. Hm. Dann wären wir verschrotten. Ja. Wir haben ja jetzt sogar die Winchester. Das ist Granti. So, irgendwie müssen wir jetzt nach oben. Dahin. Ach, da draußen. Wieder die Treppe, die ich nicht gesehen habe. Und es gibt noch einen Hack. Alarm? Okay. Ist Alarm irgendwie ein Problem? Wahrscheinlich nur, wenn man im Kampf wäre, ne? Dann würden die Gegner alarmiert werden. Jetzt sollte es kein Problem sein. 750. Aber ich meinte gut zu wissen, dass es auch sowas gibt. Papiere. Es erfordert viel Geduld und technisches Wissen, um die Daten zu sichten. Aber es hat eine Zeit, die in diesem Gebäude befindet sich ein Diamantenvorkommen, das nie richtig untersucht wurde. Sektor-Operation Diamantensuche. Die Suche nach Diamantenvorkommen erhöht möglicherweise das Einkommen aus der Old Diamond Mine K10. Ach, krass. Wie cool. Okay. 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 Wow. Muss man nur den richtigen Zeitpunkt finden, um das Ganze zu starten. Kein Problem. Monsieur Fournier. Aber natürlich, was auch immer du sagst, hast du meinen vollen Unterstützung. Gut. Also, der scheint nichts Besonderes mehr von sich zu geben. Wir gehen. Ja Leute, habt ihr noch was gesehen, was ich übersehen habe? Ansonsten scheinen wir hier erstmal durch zu sein. Dann checken wir kurz wieder unser Inventar. Wir können uns die Winchester noch ein bisschen zusammen basteln. Und dann hätten wir unsere erste Mine beisammen. Geht in der Satellitansicht. Ja, ist mir klar. Wurde ja gesagt, das ist eine Operation und die geht natürlich nur in der Satellitansicht. Das ist mir schon klar. Nö. Also, ich glaube, hier haben wir alles. So. Timons are Steinmeins best friends. Dann... ...red mit Leuten. Okay, mach ich mal. Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Ja, das ist tatsächlich ganz interessant. Die Lesion Idioten denken, dass sie die Hände einfach so einfach so nehmen können. Denke wieder. Das ist was ich sage. Okay. Ihr habt einen Plan, wie die End-Night-Operation stoppen, oder? Die End-Night-Operation. Ja, wir machen immer mal so ein paar Gespräche. Wir arbeiten für die Banditen mit der Exploitation der Menschen, bei den anderen Menschen. Wenn wir für Sie arbeiten, ist es nur das Gegenteil. Okay. Dass sie so euphorisch sind. Und sie arbeiten ja nicht wirklich... Wir gehen? Wir gehen. Wir gehen. Ihr meint, man muss sie doppelt ansprechen? Ich glaube nicht. Der macht ja... Ich hab sie schon doppelt angesprochen. Ich versuch's nochmal. So, entspreche ich mich zum vierten Mal an. Ja, da kommt nichts mehr. So, die Waffen brauchen wir meines Erachtens nicht für die Miliz, ne? Das funktioniert anders, das Miliz-System. Okay. Okay. Ich würde sagen, wir nehmen uns mal die Winchester vor. Modifizieren. So. So. Ist die Frage, wer die bekommen soll. Banz? Banz? Ist die Frage, Banz? Ich meinte, bei der... Ist die Reichweite vielleicht doch entscheidend? Hm. Oder Kalina. Das ist jetzt nicht ganz unwichtig für das Visier, was wir da einbauen. Ja. Also, wenn wir das Kalina geben, dann... Warte mal, was ist hier überhaupt möglich? Dann würde ich, glaube ich, wieder das Zehnfach-Ding ihr geben. Hatten wir das überhaupt schon mal? Erhöhter Genauigkeitsbonus. Durch Zielen, zusätzliche Zielenstufe, weil sie ja dann die AP hat durch ihre höhere Bewegung. Aber hatte ich nicht vorher das? Warum habe ich eigentlich das gemacht und nicht das? Hm. Zehnfach ist doch auf jeden Fall besser als Fünffach, oder? Nee, Zehnfach hatte ich noch nicht, ne? Geht das vielleicht erst bei der Winchester? Oder warum konnte das noch nicht ausgewählt werden? Die Winchester, die Reichweite werden wir noch verlängern. Das klappt schon. Die kommt auf 30 immerhin. Ach, das Gewehr 98 kann auf Fünffach. Wir machen das. Wir hoffen mal, dass das geht. Erfolgreich, sehr schön. Dann kommt jetzt der Lauf mit der erhöhten Reichweite auf 30. Hat nicht geklappt. Nochmal. Okay, hat geklappt. Sehr schön. Damit hat es Reichweite 30 und nochmal einen Zielenbonus bekommen. Und ja, jetzt müssen wir eigentlich noch den Schalldämpfer basteln. Jo, perfekt. Damit haben wir sie optimal modifiziert, würde ich sagen. Damit geben wir das den Kalina. Und jetzt haben wir natürlich das Gewehr über. Und ich will ein MD aber jetzt nicht auch noch zum Scharfschützen machen. Das werde ich ein bisschen Overkill, ehrlich gesagt. Platzieren wir das erstmal irgendwo anders. So, jetzt ist die Frage, aber was kriegt MD? Ich meinte, wollen wir MD? Also erstmal vielleicht Stone. Auch da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Ist das Phamas ein besseres Gewehr als das AK? Wir hatten das ja hier auch schon mal, ne? Und wir haben die Munition jetzt. 5,56. Bin ich mir nicht sicher. Ja, jetzt haben wir es. Zumindest 30 Kugeln. Ne, mehr. Panzerbrechend und der. Also eine. Einer kann das tragen. So, wir gucken mal, wie das Ding modifiziert ist. Ach so, das war ja die Geschichte mit dem roten Punkt, dem Prismenzielfernrohr und dem Kompensator. So. Und der Markierung, das ist ganz cool. Hier ist das Ding modifiziert. Das hat nur einen Schalldämpfer. Ja, dann geben wir dem Boss diese Waffe. So. Mit Standard Munition. Okay. Jetzt bleibt noch die Frage, was MD bekommt. Das Problem ist, was ich halt bei MD sehe, ist mit... Was meint ihr, was geben wir ihm? Äh, nochmal eine FAMAS geht nicht, weil wir dazu nicht ausreichend Munition haben. Jaja, eine der FAMAS hat einen Schalldämpfer. Habe ich ja eben gecheckt. Aber ich finde die anderen Modifikationen besser. Hier mal die AK. Nja, hat zwar nicht so eine Eigenschaft, dass bei Salvenfeuer... Aber gut, geben wir ihm das Ding. Okay. So, Kalina bei der Winchester 0,44. Haben wir da auch unterschiedliche Munition? Das müssen wir nochmal gucken. 44er Match. Genau. Das geben wir auch noch. Okay. Ja, dann stellt sich fast die Frage, müssen, sollten wir irgendwas verschrotten? Was machen wir mit unserem schönen Gewehr, was wir eigentlich nicht mehr brauchen? Wie ist das, wenn ich das jetzt verschrotte, kriege ich die Linse wieder? Wahrscheinlich nicht, ne? Na gut, wir können das noch als Ersatzgewehr rumschleppen, wenn die Haltbarkeit hier runter geht. Das wäre noch eine Möglichkeit. Ich habe das Gefühl, ich trage hier langsam ein bisschen zu viel Zeug rum. Auch die Brechstangen nerven mal ein bisschen. Die Granaten werde ich auch nochmal irgendwo aufteilen. Lat hat zwei, der kriegt diese vier nochmal. So, kann ich noch irgendwas stacken? Ja, die Mollys kann ich stacken. Okay. Ah ne, Berry braucht das ja. Gut. Es ist wie es ist. Du machst einmal Auffüllen der Medikamente. Mehr Optimierungspotenzial sehe ich jetzt erstmal nicht. Die Linse bekommst du eventuell wieder 50-50 Chance. Okay. Ganz cool. Na, wir behalten das erstmal. Für den zweiten Trupp Aufwand könnte man machen, ja. Äh, Berry Rohrbomben. Nö, der hat doch so eine. Die bastelt der doch immer. Hohlladung. Eine hat er aktuell. Ich hoffe, es kommt bald wieder eine neue mit dazu. Die Vermass noch zerlegen. Ja. Ich weiß nicht. 100 Prozent. Mit Modifikation. Können wir die vielleicht nochmal. Die würde ich eigentlich ungern zerlegen. Lieber noch diese AK. Die zerlege ich lieber. Die hat nix. So. Okay. Eine erste Hilfe. Na, wir haben ja für die Leute, die erste Hilfe können. Das sind Buns und Blood. Die haben die erste Hilfe. Die erste Hilfe Taschen. Das reicht ja auch. Okay. Gut. Wie spät haben wir es denn? 23.38 Uhr. Das ist doch gut. Da können wir auf jeden Fall noch eine Sache machen. Ähm. Aber wir lesen erstmal die Mail. Gold. Dein Weg zu einer erfolgreichen Mission. Hol dir die Besten der Besten mit dem neuen Abonnement Paket. Ey. Gold. Du erhält Zugriff auf unsere besten Söldner. sowie ein Abonnement unseres Elite Newsletters mit den neuesten Entwicklungen der Söldnerbranche. Gehöre zu den Besten der Besten mit AIM Gold. Es gelten regionale Beschränkungen. Das AIM Team. Mit uns hast du deine Missionsziele immer im Visier. Hervorragend. Jaja, genau. Sektorverstecke gibt es auch. Das ist Santiago. Ich bin froh, mit realen Professionellen zu einem Veränderung. Unlike your colleagues from Merc. You don't get lost and you actually deliver. Aren't you forgetting something, Corazon? I'm running the show here. You keep throwing Mercs at me. You'll soon run out of them. You. Get off my frequency. I have nothing to discuss with you. Santiago out. Jo. Okay, liebe Leute. Ähm. Ich würde sagen. Also, am 3... Wann? Am 3... Am 15. April? Warte mal. Wann war das jetzt nochmal? Notizen. Wir gucken mal. Wann überfallen die, die Dinger? 15. April. Ich gehe mal davon aus, dass dann halt die Gang zusammentritt. Und hier steht ja hier, vier Gangmitglieder wieder vereint. Insofern ist es gar nicht so entscheidend, glaube ich, für die Quest, ob man auch die fünfte mit hat. Sondern dann kämpfen halt die vier mit. Was ganz cool ist. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was uns jetzt zeitlich... Santiago hat Merc angehört, dann setzt sie gegen Lijong ein. Was jetzt zeitlich für uns am relevantesten ist, diese Geschichte. So, die Frage ist, wir müssen eigentlich Milizen irgendwann jetzt ausbilden. Und wir sollten aber die anderen Geschichten noch machen. Ähm, die anderen Quests hier. Mit diesen roten Haaren. Und hier ist eine Truppe, ne, hier ist eine Legionstruppe. Die kann sich natürlich bewegen, oder? Ich will natürlich die Mine jetzt nicht verlieren. Hm, oder wir bilden hier direkt vor Ort eine Miliz aus. Und nutzen erstmal die Zeit, um ein bisschen zu reparieren. Ach, da ist ein Marker in der Timeline. Okay, alles klar. Ja, 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 okay. Miliz ausbilden. Ausbilder. Stone. Und Kalina. Wobei Kalina würde ich eigentlich gerne zum Reparieren dann zeitgleich nutzen. Ja, er muss, aber Barry kann auch reparieren, muss Buns mit dran. Okay. Ja, ja, ich pass auf wegen der Endenheit. Leute, es sind noch drei Tage. Wir haben jetzt erstmal zwölf Stunden. So, dann wären wir jetzt... Ah, Diamantensuche ist ja auch noch. Wer kann das denn machen? Okay. Okay. Das ist dann doch eine coole Sache. Kalina zu wählen. Führungsqualität und Technik. Aber eigentlich wäre das wiederum eine Chefsache. Okay, pass auf. Wir reparieren nicht, sondern wir lassen die beiden lieber erstmal danach suchen. Unsere Ausrüstung ist ja auch einigermaßen in Ordnung. Finde ich besser. Starten wir das. Und dann haben wir noch... Was können wir noch machen? Ja, zum Reparieren ist jetzt keiner mehr. Blood ist nicht wirklich geeignet dafür. Wir könnten Gebiet ausspähen. Große Weisheit haben wir, glaube ich. Ah ja, doch. MD. MD und Blood könnten ausspähen. Wäre okay. 22 Stunden. Ich würde sagen, das ist gut. So machen wir das jetzt. So. Ich würde sagen, wir machen gleich Doppel-Miliz. Gehen wir mal direkt auf Nummer sicher. Dann brauchen wir uns hoffentlich darüber keine Gedanken mehr machen. Und die kommen klar. Also wollen wir erneut Milizen ausbilden. All right. That is finished. I am ready. Okay. Einkommen aus der Old Diamond Mine stark erhöht. Was bedeutet das? 2500. Das war jetzt nicht so stark vom Gefühl, aber ich bin nicht unzufrieden. So. Die sind bald durch. Ich glaube, wir brauchen bis dahin nichts anderes. All done here. MD und Blood haben den Bereich fertig ausgespäht und Infos gefunden für Sektoren Camp Hope. I-12, Großer Wald und die Halde. Ein Söldner wurde von wilden Tieren übel zugerichtet. Nein! Blood hat es erwischt. 150 Erfahrung erhalten. Okay. Dann müssen wir jetzt noch leider Blood behandeln. Hilft nichts. MD. Blood. Dauert auch noch mal 18 Stunden. Na gut. Dann können wir den Bayer noch reparieren. Cardina und Barry. Dann werden wir erstmal die Rüstung langsam nach und nach machen. Also so, dass wir die 18 Stunden voll haben. 13 Stunden. Blood kann man... Also ich habe irgendwie gelesen, dass es irgendwie nicht so gut ist, wenn die, die verletzt sind, sich selbst heilen. 18 Stunden. Lassen wir es mal hierbei. Start. Ich mache schwarze Zahlen jetzt. Na, sehr schön. Ach, hier unten. Plus 218. Ich sehe es. Gut. Gibt es noch jemand, der sich jetzt langweilt? Warte mal. Ne, alle haben irgendwas zu tun. So. Ich denke... Das reicht jetzt erstmal. Das heißt, Stone und Bunz langweilen sich. Währenddessen können die eigentlich noch trainieren. Gesundheit? Ne, ist Quatsch. Wert ändern. Was machen wir? Treffsicherheit? Ja. Bunz. Bringt dem Boss ein bisschen... Schießen noch bei. Okay. Okay. This task has taken all my strength. I wonder how heroes in books have coped with this. Hm. Gegenstände reparieren. Okay. Stop, 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 stop. Gut. Das Training können wir abbrechen jetzt. Der Rest ist nämlich jetzt erledigt. Und einige Werte sind auch hochgegangen, wie es aussieht. Ja, perfekt. Dann machen wir uns auf den Weg. Ich weiß, dass ich Blatt auch als Arzt einsetzen will. Das wollte ich aber nicht, weil er selber verwundet war. Das finde ich irgendwie absurd, wenn er sich selbst verarztet. Okay, wir gehen hier hin. Was auch immer da auf uns wartet, scheint aber ein neutraler Sektor zu sein. Gut. Und da ist ja eine Quest-Geschichte. Auf geht's. Ich sehe einige wunderschöne Avien-Specimen. Oh. Ich glaube, wir sollten weitergehen. Wir sollten nachher schauen, für was interessiertes. Wie vielleicht ein Akkordeon-Spieler? Das ist ein Monke. Schön. Was ist hier noch dazu gekommen? Diamantenbienen. Suche nach Vorkommen abgeschlossen. Ja, sehr schön. Rein da. Oh Gott. Sie wird ja immer hässlicher. Die Halde. Nebel. Wir haben ja auch ein paar Infos über die Halde. Okay. Gleich mit einer Sequenz. Ich habe in dein Herz ge... Ich bin der Herr von den Zellen. Nicht als das. Ich habe in dein Herz gegründet. Aber du. Du altes Scarecrow. Du zählt uns alles zu Lägen. Ich bin der Baron. Ich entscheide, wer zu sein mit. Und deine Aufgabe ist es folgen. Okay, hier gibt es ja richtig Stress. Okay, zwei Fraktionen kämpfen und die Kontrolle über die Halde. Sehr schön. So, du findest eine geeignete Perücke im Laden des Schrottheldlers im Sektor L8 und auf dem Kopf der Baroness. Okay, also die Baroness hat eine Perücke, die wir haben wollen. Das ist doch schon mal ein Grund, sich gegen sie zu wenden. Oh Gott, dieser Nebel hier. Was ist das? Das ist ja alles schrecklich. Ich dachte, das ist irgendwie alles eine nette Gegend. Was? Wir können Hühner nehmen? Das sind Kampfhühner. Auf Henne setzen mit Carlina? Ja? Ja. Stone wird das machen. Spieler 1, Spieler 2. Ich war mal beim echten Hahnenkampf in Südamerika. Das war krass. Ein Sack voll GC-Franken. Von Stone genommen. Okay. Wir scheinen gewonnen zu haben, die Wette. Aber wo sind wir jetzt? Da hinten. Jetzt können wir noch die andere Henne nehmen. Aber das ist doch komisch. Es gibt nur eine Henne. So, irgendwas wurde doch hier... Ah ja, Bauteile. Sehr gut. So, warte mal. Es geht hier oben runter. Ich würde aber gerne erstmal die Gegend oben checken. Ja, Tierkämpfe sind fies. Also das war wirklich krass. Diese Hahnenkämpfe waren wirklich krass. Da haben die hinten den Hähnen so eiserne Spitzen... Noch so angetapet. Let's see what's cooking over here. Das war nicht schön. Ah, look there. Okay, das ist eine Sprengfalle. Barry, mach dich ran. Device disarmed with precision. Let us see what the Lord in his wisdom has given us. Uh, eine Galil. Dreimal 13 mit 30... Okay. Mit 30 Reichweite. Das ändert ja schon wieder alles. Ich nehme sie erstmal. Müssen wir diskutieren. Barry Ungern. Ähm, wir gehen jetzt, oder? Ja, wir gehen jetzt... Warte mal, war das... Ah. Alles klar. Das bestätigt das Gericht so ein bisschen, was wir zuletzt gehört haben. Nein. Kein Schmerz. Wie ihr möchtet. Okay. Ihr seid ganz schön lahm Arsch dahinter. Das Problem ist, jeder muss einzeln die Treppe runter. Wir gehen? Wir gehen. Ich fürchte, wir müssen uns wahrscheinlich in diesem Konflikt irgendwie positionieren. Oder für eine Seite entscheiden. Könnte ich mir vorstellen. Klar. Wir gehen da. Warte mal. Wir gucken hier oben nochmal lang. Mit Sicherheit. Glück. Man kann das Gebiet komplett einmal umrunden. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Let's go. Von Ebene zu Ebene werden wir uns vorarbeiten. Understood. Also hier kriegen wir keine Medizinkommen. Es ist ein bisschen deprimierend fast schon, ne? Hä, warte mal. Krass. Und dann sind wir wieder... Wo? Hier. Okay, Leute. Ich hoffe, ihr habt die Geduld. Wir machen das jetzt mal. Wir laufen einmal oben rum und dann gehen wir nach unten. Naja, die bessere Übersicht. Ja. Wir haben das. Vor den Kämpfen war auf jeden Fall besser. Du hast es. No Legion. Okay. Ich meinte, eine Truppe... Also, ich sag mal so. Eine Truppe von denen, die findet die Legion... oder die hat sich mit der Legion verbündet. Wir antworten. Die Baroness und die anderen finden das nicht gut. Das heißt, eigentlich sind die anderen unsere natürlichen Freunde. Zumal die Baroness auch noch die rote Perücke trägt. Die wir auch gerne haben. On my way. Wie, was, wo? Warte, warte mal. Befrieden mit Barry? Hä? Was ist damit gemeint? Wir laufen erstmal rum. Die sind hackbar. Hä? 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 Was bedeutet das denn? Wir probieren das mal. Ich spreche nicht mit Kommunisten. Ja? Ich spreche nicht mit Kommunisten. Ne, das ist kein Hack. Ich spreche nicht mit Kommunisten. Ich spreche nicht mit Kommunisten. Das ist was anderes. Wir gehen. Aha. Altmaterial. Copy that. So, das sind die beiden Anführer vermutlich. Wir gehen mit Sicherheit. Mann. Ich liebe dieses Film. Es gab mir ein ganz neues Respekt für das Restaurant-Business. Wir haben Vertreter. Von welchem Film redet er? So, wir werden erstmal mit ihm hier sprechen, würde ich sagen. Mit dem schmutzigen Henry. Tennis hält eher unser. Die Ritter der Halde? Die Tyrant werden kommen. Okay. Was? Ach so? Doppelkl... Das muss einem doch einer sagen. Dass der zweite Klick die Allianz schon bedeutet. Ähm... Ja. Ja. Na gut. Ja, das finde ich ein leichtes Interface-Problem, würde ich mal sagen. Ich bin nicht sicher, dass ich so viele Anfragen kann. Aber... Wir lassen uns davon jetzt nicht aufhalten. Nee. Ja. Es kann sein, dass ich Sachen übersehe. Klar schaue ich auf die aufblinkenden Sachen. Deswegen laufe ich herum. So ein Hinweis ist... nicht sehr hilfreich. So Leute. Ich würde sagen... Hello. Hello. Das ist... eine beste Gelegenheit für eine hohe Ladung. Das war so cool. Ich wünsche ich, dass ich so schreien könnte. Ähm... Ja. Danke, Barry. Das ist jetzt nur noch so ein bisschen das Deckungsproblem. Da muss eigentlich noch eine zweite Granate hinterher. Redding for orders. Stone. Wie wäre es mit der Stabgranate dort? Ah... Den hinteren erwischen wir nicht. Könnten wir noch ein bisschen nach vorne gehen. Jaaaa... Gehen... Machen wir. Ja. Nein! Missgesch- Ah... Das ist... Okay, war aber trotzdem ganz gut. Hatte ihn die Deckung genommen. So. Stone aber nur mit drei. Aber wisst ihr, was Stone jetzt macht? Er geht in Bauchlage. Hauptsache, da wirft jetzt hier auch eine Granate. So. Äh, komm. Da sind jetzt drei Gegner. Die müssen wir doch einfach irgendwie ausschalten können mit dem, was wir haben. Kalina hier. Kalina. Ja. Ja, kommt. Headshot. Ah, Streifen. Ist natürlich... Shit. Können wir da noch in eine bessere Position gehen, wo wir keinen Streifschuss haben? Monica Sundergaard, hier. Wo ist Monica? Da hinten. Easy. Auch ein Streifschuss. Ja, das kommt, weil die da so ein bisschen... Ah... Da kommen wir schlecht ran. Was hat die denn für eine Waffe? Die sieht irgendwie fies aus, die Waffe. Das ist auch eine Scharfschützenwaffe. Ich würde sagen, es wäre vielleicht mal ein Moment für... Michael hier. ... für MD mit einer Blendgranate, um einfach ein bisschen Zeit zu schinden. Michael, wo bist du? Wo stehst du? Da steht Michael. Oh ja, perfekt. Ah, da kommen wir auch nicht gut hin. Also den müssen wir irgendwie noch erwischen. Das kann nicht sein. Der muss einfach sterben. Durch irgendjemanden. Ähm... Barry kann nicht mehr viel. Stone kann auch nichts mehr. Ready for a fight. Blood. 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 Blood macht seine fliegenden Dolche. Kein Ziel. Wo ist ein Blood schon wieder? Der kann da hinlaufen, aber keine fliegenden Dolche machen? Ein Messerwurf reicht doch für den. Moving. Kommt, das wird was. So, der ist doch fast tot. Fast tot. Da müsste ein Oberkörperwurf völlig ausreichen. So, jetzt haben wir noch zwei. Und die werden wir mit MD blenden. Und dazu muss er, glaube ich, ein bisschen nach vorne laufen. Bin mir nicht sicher, warum er da schraffiert ist. Wir versuchen das. Vier AP-Bauer dafür. Ist ein bisschen risky. Machen wir so. Kann er sich vielleicht noch irgendwo hinhauen? Okay, unterdrückt und müde. So, perfekt. Dann leg dich sicherheitshalber auch hin. Nicht, dass du da noch was abbekommst. Und dann haben wir noch unsere beiden Scharfschützen. Was willst du? Und entweder könnt ihr diesen Streifschuss jetzt probieren. Versuchen wir es einfach. Mal gucken, was bei rumkommt. Und dann haben wir noch die Begegnung. Und dann haben wir noch Kadina. Hat die irgendwo Sicht noch auf den Gegner? Hier. Boah, schaut mal wie geil das ist mit der freien Bewegung. Ist ja perfekt. Schwerverletzt müsste auch ein Oberkopfschuss, aber sie durchschlägt nicht, ne? Dann wird auch ein Kopfschuss. Tja. Da sind aber noch irgendwo andere, so wie es aussieht. Mehr können wir also jetzt nicht machen. Barry geht hier ein bisschen in Deckung. Monika Sundergaard hier? Dann gucken wir mal. Da oben. Die haben auch gar keine Schusswaffen, ne? Die haben wirklich nur ihre Messer oder so. Jetzt ist die Perücke rot. So, also ich hoffe wirklich, dass es nur noch dieser eine ist. Wer hat Sicht auf den? Hm? Kalina, hast du Sicht auf den? Ja, aber den... Den müssen wir jetzt kriegen. Ja. Danke für dein Leben so hart. Mit your help und your ruler shall take the throne of Chateau d'Ordures. Ich will take the title of Duke of the Dump. Hier I am. Hier I remain. Als für you, Sellswords, my knights will always be your comrades. Und you will always have a place at my table. Es ist gut zu wissen. Wenn du hast, ich werde extra sanatisieren. Na gut, Kalina hat etwas verletzt und jetzt ist die Frage, ob wir die Perücke abnehmen können. Ist ein bisschen, naja, ich hätte gerne vorher noch mal mit ihr gesprochen, weil es war irgendwie ja vielleicht eine interessante Person. Ja, sehr geil. Wir haben die Perücke. Zack. Das stimmt, die Ladies machen das gut. So, hier haben wir auch noch was. Bauteile. Was können wir hier uns anschauen? Eine goldene Blume auf dem Schrotthaufen. Ernsthaft? Jemand hat die Blume mit Zandcola gegossen, aber ein Eimer mit saurem Wasser erweckt sie wieder zum Leben. Ein Eimer mit saurem Wasser. Ein Eimer mit saurem Wasser. Oh. Die goldene Blume auf dem Schrottplatz blüht wieder. Ein großartiges Zeichen. Nicht die Tür zu machen. Sehr schön. Hier ist was Hackbares. Hier kann Kalina hin. Sehr schön. Wie du willst. Der Minasteridbaum, ja genau. Ja, diese GC-Franken, was wir damit noch anfangen können, bin ich auch noch mal gespannt. So, dann ist hier oben noch irgendwas. Mit Sicherheit. Ja, das war eine gefährliche Situation, aber Leute, war eine Flakose. Wir können doch auch mit solchen Situationen umgehen. Wir sind auf sowas vorbereitet. Let's go! So, ich will noch mal mit ihm sprechen. Was ist next? Mein Revolver wurde mir von der Frau von der Sesspul selbst verabschiedet. Das ist irgendwie so eine absurde Geschichte. Was sind das für Fragezeichen hier? Okay, also wir haben die Perücke. Und, ah ja, wartet mal, hier oben habe ich noch was übersehen. Oh, hier ist ja noch einiges, was noch anschaubar ist. Vielleicht aber auch jetzt erst. Gut, gehen wir jetzt mal hoch. Wir müssen auch jetzt nicht jeden letzten Fitzel irgendwie looten. Oder wenn wir mal was übersehen, ist auch nicht zu schlimm. Wegen dem Nebel siehst du nicht, was die Leute über dem Kopf haben. Okay, damit hängt das zusammen. Gut möglich. So, was ist hier noch? Kram. Exterminator 2. Yes. Sehr schön. Ist das ein Fernrohr? Ah, jetzt kann man die Blume betrachten. Oh, wie cool. Und was ist das hier mit auf sich? Erst Vögel, frisch aus dem Hahnkampfringen. Großer Rabatt, nur 15.000 GC-Franken. Oh Gott, dann ist das ja nicht viel, was wir da bekommen haben. Wir gehen mit Sicherheit. So, warte mal. Eben habe ich doch die ganzen Symbole gesehen. Es gibt irgendwie eine Tasse, wo man die Symbole einblenden kann. Wisst ihr, welche das ist? Ja, das wäre jetzt sehr hilfreich. Dann sieht man immer, was man plündern kann und was nicht. Ah, sehr schön. Alt? Ah, alt. Okay, das ist hilfreich. Da wollte jemand etwas klarstellen. Ach Gott, da ist jemand angenagelt. Okay. Wie unangenehm. Gut, dann würde ich sagen, haben wir hier alles gecheckt. Dann müssen wir mal gucken. Wir haben eine neue Waffe, die wohl ganz gut war. Hier, dieser GC-Franken haben wir jetzt hier schon zusammen. Wo ist sie hin? Das ist diese, ne? Und dann ist das eher was für Stone. Was hat sie für eine Modifikation? Zwei Bar hin. Hohe Genauigkeitsbonus mit Bauchlage. Okay. 7,62 NATO. 3x13 auf 30 Reichweite. Das ist ja echt gut. 3x8 auf 24. Das ist fantastisch. Okay. Und MD kriegt dann das Ding. So machen wir jetzt einen bunten Ringtausch. Und wir haben hier auch noch winzige Diamanten. Sehr gut. Wird auch noch verkauft. So. Davon haben wir doch auch irgendwo noch was liegen. Perfekt. Bisschen aufräumen hier. Das Messer kann hier noch hin. Dann würde ich fast sagen. Ah, hier ist auch noch was. Dass ich eigentlich gespannt auf die Perücken-Geschichte bin. Was wir da noch für eine Schrotflinde bekommen. Die Waffe sollten wir nochmal nachladen. Und wir können uns den Boss nochmal ansehen mit seiner Waffe. Hier ist er. Jo. Da ist noch was. 3 Meter rechts. Ah ja, hier. Noch ein bisschen Muni. Sehr schön. Das Ferner ist von Anfang an da gewesen. Naja, klar. Dadurch, dass die Symbole nicht eingeblendet haben, habe ich das übersehen. Okay. Wir gucken kurz auf die Notizen. Ja, wir haben die Perücke. Und was haben wir für ein E-Mail bekommen? Hallo alle miteinander. Hier kommt eure nächste Dosis Wahrheit mit den Nachrichten von Carrie. Legions-Truppen sammeln sich für den Angriff auf Port Kakao. Oh, verdammt. Wir müssen jetzt dahin. 14. April. Langsam drängt die Zeit. Ich hoffe nicht, dass wir zu spät kommen. Es gibt Hinweise darauf, dass die Légion einen massiven Angriff auf Port Kakao vorbereitet. Die sogenannte End-Night-Militäroperation ist bereits in Vorbereitung. Und es besteht wenig Hoffnung, dass die Stadt weiterhin frei bleiben wird. Lokale Behörden spielen die Bedrohung vehement herunter. Mit der Stellungnahme, es handelt es sich um eine militärische Übung oder eine Finte. Es ist absolut unwahrscheinlich, dass die Stadt angegriffen wird. Die möglichen Folgen für die Dijon wären derart schwerwiegend. Dass sie es nicht einmal wagen, einen Angriff auch nur in Betracht zu ziehen. Es handelt sich sicher nur um militärische Übungen zur Beschäftigung, kommentiert Gouverneur Le Pinguin. Die Tochter von Präsident Lafontaine plädiert für das Museum von Adjani. Emma Lafontaine hat bei Gouverneur Le Pinguin eine offizielle Petition für ein neues Museum eingerichtet. Dass der bewegten Geschichte der Region Adjani gewidmet werden soll. Das ist unsere Geschichte, die Geschichte der Welt. Dieser Ort hat so viele Artefakte zu bieten, so viele Geschichten zu erzählen. Selbst wenn wir nur einige wenige von ihnen entdecken, können wir sie nirgends sicher aufbewahren und präsentieren. Wie können wir uns als Nation bezeichnen, wenn wir unsere reichhaltige Geschichte nicht bewahren? Wenn wir der Welt nicht zeigen, dass wir mehr sind als Bürgerkriege und ständige Konflikte, heißt es in der Petition. Obwohl ein Museum längst überfällig ist, gibt es kaum Chancen, dass die dicken Mauer der Bürokratie durchbrochen werden kann. Gouverneur Le Pinguin ist berüchtigt, dafür bürokratische Hindernisse für alle Anträge zu errichten, bei denen er mehr tun muss als nur reden. Was der Gouverneur vehement bestreitet. Sofern nicht ein Wunder die Petition in Gang bringt, wird dies nur ein weiteres Dokument wie viele andere sein, das in den Archiven von Port Kakao endet. In Erinnerung an Mare Baxter. Im Rahmen unserer Reihe über das Leben weiblicher Führungspersönlichkeiten in Grand Chien befassen wir uns heute mit der legendären Mare Baxter. Baxter, die maßgeblich daran beteiligt war, Port Kakao zu der Stadt zu machen, die sie heute ist, stammte aus bescheidenen Verhältnissen. Sie war die Tochter einer Näherin und eines Seemanns. Mare Baxter erlangte in ihrer Jugend schnell Bekanntheit. Als sie die Coffee Beans gründete, halb Gang, halb Miliz, waren sie eine Truppe, die das Herz und die Seele von Grand Chien verkörperte. Hartnäckigkeit, Brutalität und Entschlossenheit. Ihre Gang schaltete langsam, aber stetig alle größeren Banden in der Gegend um, äh, Gegend mit, oft sogar exzessiver Gewalt aus. Mithilfe der Verbindung ihres Vaters stieg sie schnell in den Waffenhandel ein, sowohl zur Bewaffnung ihrer Gang als auch als legitimes Geschäft, das bis heute noch betrieben wird. Mare Baxter und ihre Flinte hielten den Frieden in Port Kakao ihr ganzes Leben lang aufrecht. Ihr Einfluss ist immer noch spürbar, vor allem durch die praktisch nicht vorhandene Kriminalität in einer Stadt, die in ihren schwärzesten Tagen mit Fleetown vergleichbar war. Meine eigene Großmutter drohte, sie würde die Coffee Beans holen, wenn ich mich nicht benehme und meine Suppe aufesse. Dies war eine so wirksame Drohung, dass sie sich Suppe bis heute verabscheue. Ihr Sohn Gregory, unter den Einheimischen als Lurch, Lurch bekannt, versuchte in ihre Fußstapfen zu treten und seine eigene Gang zu gründen. Ein Kopfschuss beendete jedoch ironischerweise seine Karriere als Headhunter. Mare Baxter wurde kurz darauf krank und verstarb. Mare Baxter war eine durchsetzungsfähige Frau, die Adjani mit strengen Worten ihrer Schrotflinte und ihrem puren Charisma zu einem besseren Ort gemacht hat. Sie hat sich ihren Platz in der Ruhmeshalle von Grangsheng rechtmäßig verdient. Mare Baxter und ihre Schrotflinte haben so einige zurück auf den Vatertug gebracht. Sie war Schurkin und Heldin zugleich und wird auf immer die Drohung bleiben, mit der Großmütter ihre widerspenstigen Enkel zurechtweisen. Sehr schön. So, ich hoffe, wir kommen noch rechtzeitig. Da ist der Angriff. Ja, müsste reichen. Ja. Ich bin an der Location. Was nächstes? Okay, dann würde ich sagen, werden wir die Perücke jetzt hinbringen und ich hoffe, dass wir die Schrotflinze tatsächlich bekommen. Die wird uns sicher noch helfen. Copy that. So, das war hier. So, das war hier. So, das war hier. One day I'll shoot you, Grun. Oh, hey, I just had this thought come into my head. And now it's gone. So, wir haben die Perücke. That's all we need. Now I just need to dress up like Lurch's mom. Wait for me here. It's show time. Hey. Gregory, what happened? What have I told you about playing with guns? Hey. And what do I see here? A gun. My gun. I am very disappointed in you. Give it to me at once. Hey, Mom. And never play with guns again. Hey, Mom. Oh, okay. 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 Ich bin der dritte Jahrhunderts in der I-Bar wurde hingelegt. Na ja. Jetzt wollen wir natürlich auch gerne das Ding kaufen. See? I told you I was the brains of this operation. Now I got me this slammin' shotgun for sale. Woo! I am now questioning the better angels of your nature, Mr. Hugh. Come on, fellas. You wouldn't even have this opportunity without me. All I'm asking is a little consideration. Na los. Wir zahlen die 2000. Kommt. Es war schon eine gute Show. Ja, now that's what I'm talking about. Like everybody wins, right? Like, I think you'll like that piece. Just be careful with the headshots. Know what I'm saying? Mar Baxter's Streitentschärfe heißt das. Watch your head. So, da, da, ihr sagt, da läuft noch eine Oma rum? This is Granti. Oh, ja. Warte, warte, warte. What? Speak the fuck up or get blown the fuck up. Äh, wie können wir lauter sprechen? Ach, Barry. Sprengstoff. Ja, sehr gut. Haben wir noch eine. Hervorragend. Und Blood hat auch einen Upgrade. Leute, passiert da so viel. Meine Güte. So, was ist das für ein Ding? Mar Baxter's Streitentkräfter. Machen wir einen schönen Waffenvergleich. 3 mal 22 anstatt 1 mal 28. Wie geht das denn bitte? 3 mal 22? Das ist ja absolut crazy. Was hat die für eine Modifikation? Inspizieren. Größeres Magazin. Ach, schaut mal, man kann die auch noch drehen. Wie gut. Ja, ich meinte, was für Mar Baxter gut war, wird für Barry wohl auch gut sein, oder? Eine automatische Schrotflinte. Ah, okay. Ja gut, nehmen wir, ne? Was heißt schnelle Entkräftung eigentlich? Nachladen. Barry wird sie lieben. Ja, ich denke auch. Okay. Dann haben wir einen Upgrade. Einen Stufenaufstieg, wollte ich sagen. Mit Keith Bloodhands. Und ihn wollen wir natürlich weiter zum Nahkämpfer ausbilden. Deswegen gucken wir was hier los. Also, Sturmsoldat. Erhalte 30% zusätzliche Kritschungs mit Nahkampfwaffen und Schusswaffen auf Nahdistanz. Das ist natürlich gut für ihn. Beinhart, behalte die Hälfte deiner Gratisbewegungsreichweite, während du eine schwere Rüstung trägst. Auch nicht schlecht. Hat er im Moment nicht. Plötzlicher Schlag. Löst keine Unterbrechenangriffe aus, während Nahkampfangriffe ausgeführt werden. Das ist auch ganz cool, falls man in eine Bewachung reinläuft. Das ist hier oben noch. Verursache 10% Schaden pro Verletzung. Nee. Rache. Nee. Vorhut. Das allerdings ist ganz cool. Das ist auch gut für ihn. Erhalte 15 Eifer, wenn du am Ende des Zuges keine Deckung hast. Erhalte 15 Eifer, wenn du am Ende des Zuges direkt neben einem Feind bist. Eifer bedeutet ja, dass das quasi wie so eine Art Schutz ist. Also Gesundheitspunkte, die erstmal abgezogen werden. Das heißt, wenn da irgendwas schief geht, ist er immer ein bisschen gedeckt. Beziehungsweise hat er immer einen Gesundheitspolster. Guten Nacht, Thorfer Gaming. Plötzlicher Schlag. Das finde ich eigentlich ganz cool. Also einfach so für Notsituationen. Wie wir es jetzt zum Beispiel hatten, dass er einfach auf freiem Feld mal steht. Ich glaube, das nehme ich. Erhalte 15 Eifer, wenn du am Ende des Zuges keine Deckung hast. Dadurch wird einfach 15 Schaden kompensiert durch Eifer. Ja, also gerade als Nahkämpfer ist das immer so die riskige, äh, riskige, sei schon, die riskante Situation. Wir nehmen Vorhut. Gefällt mir. Hervorragend. Okay, Leute. Jetzt ist die große Frage. Was machen wir jetzt? Notizen. Hier sind wir... Haben wir jetzt fünf Gangmitglieder wieder vereint? Okay. Die werden uns jetzt hoffentlich bei diesem Kampf helfen. Ich denke mal, Leute, ich weiß nicht, ob ihr das auch so seht. Das ist jetzt ein schönes Finale für diesen Abend, ne? Die Abwehr dieser komischen N-Night. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier sind übrigens jetzt auch Milizen. Kalina müssen wir heilen, ja. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt noch weitere Milizen auszubilden. Ich meinte, wenn wir die jetzt dann irgendwann erledigt haben, ist ja auch Ruhe hier unten. Wir müssen heilen, ja. Versuchen wir das. Also bis dahin haben wir noch einen Tag und drei Stunden. Ich denke, diese Zeit werden wir hier verbringen. Einmal, um zu heilen. Ärzte. MD. Blatt wird mithelfen, würde ich sagen. Damit es schnell geht. Kalina. Ist in sechs Stunden geheilt. Okay. Starten. Ich würde gerne reparieren. Aber dazu würde ich gerne Kalina mitnehmen. Das heißt, wir machen jetzt erstmal nur was mit Barry, was nur sechs Stunden dauert. Danach kommt sie mit dazu, würde ich sagen. Mal gucken. Das Ding. Acht Stunden. Acht Stunden. Nehmen wir mal irgendwie eine kleine Rüstung. Elf Stunden. Okay. Siebzehn Stunden. Oh mein Gott. Was ist hier los? Elf Stunden. Oh Gott. Ist ja erbärmlich. Naja gut. Acht Stunden ist dann auch okay. So. Gut. Das machen wir. Barry kann schon anfangen und später kann man Kalina dazu nehmen. Ach so. Das ist ja super. Na dann warten wir erstmal. Das wusste ich gar nicht, dass das so geht. So. Und dann ist die Frage. Wollen wir ein bisschen Erholung machen? Oder wollen wir Training machen? Ausspälen will ich jetzt nicht, weil ich nicht wieder eine Verletzung bekommen will? Ne. Gesundheit ist Quatsch. Komm. Mach mal wieder. Ich würde. Beweglichkeit ist auch was Nettes. Vielleicht sollte Bunz mal als Stone ein bisschen Beweglichkeit beibringen. Finde ich auch Gott so gut. Okay. Starten wir das. Und gucken mal. Dann gucken wir mal, ob wir das hier tatsächlich hinzufügen können. Ändern. Ja. Ihr habt recht. Ja. Das ist ja sehr komfortabel. So. Ich würde das gerne abschließen, bis wir durch sind. Das heißt 20 Stunden 30 Minuten. Das ist jetzt die Zeit, die ich hier noch repariere. Sieben Stunden. Da können wir einiges machen hier. Elf Stunden. 14 Stunden. Sehr gut. 16 Stunden. 17 Stunden. Ah, perfekt. 18 Stunden. So. Das kann alles repariert werden. Und jetzt hat MD nichts zu tun. Können wir noch ein Training ändern? Ja. Wir können auch MD vielleicht noch reinbringen. Perfekt. Super. Hauptsache, die werden irgendwie nicht erschöpft durch diese Geschichten. Und Blood hat Blood was zu tun? Ah, Blood hilft da irgendwie. Ich weiß gar nicht, was macht ein Blood? Komm, Blood kann sich mal erholen. Finde ich auch gut. So. Auf geht's. Hey, neat. Ich habe heute etwas Neues gelernt. Gut. Repertur abgeschlossen. Wir halten... Ach, die Erholung ist noch nicht durch. Ah, okay. Alles klar. Na, mal gucken. Vielleicht reicht das noch gerade so. Ich speichere jetzt mal, weil ich nicht genau weiß, wie das jetzt hier startet. Wenn ich in der Operation bin, ob das ein Problem ist. Sicherheitshalber machen wir das mal. Kosten Milizen nicht irgendwie laufend Geld oder sowas? Ich finde es irgendwie merkwürdig, wenn man jetzt diese ganze Gegend mit Milizen zu ballert. Okay, so. Was ist jetzt passiert? Ne, gar nicht. Ah, okay. Noch nichts. Oh mein Gott. 17 Feinde? Milizen kosten einmalig Geld. Jo. Ich habe noch kein Gefühl dafür, wie viel da nötig ist. Insofern würde ich das jetzt auch nicht übertreiben. So Leute, das ist jetzt ja nochmal ein Hardcore-Kampf. Es ist eigentlich 0.30 Uhr. Ich habe die Coffee Beans, ja. Ziehen wir es jetzt durch oder speichere ich das jetzt? Andererseits, die bisherigen Kämpfer liefen ziemlich easy peasy. Der geht noch. Ja klar, die Anwesenden finden es gut. Das wird ja crazy. Schaffen wir doch locker in zwei Minuten. Na los. Aber es sollte doch eine Nachtaktion sein. Ach, scheiße. Feinde sind im Dunkeln schwerer auszumachen. Fernangriff gegen sie erhalten. Ein Abzug wegen schlechter Sicht. Ja, nächstes Mal im Kampf starten. Ist auch doof, ne? Ja. Müssen wir machen. So, Nacht. Nacht ist natürlich ein Problem. Wir wissen nicht genau, wo die Gegner kommen. Einsatzzone. Ne, da gehen wir nicht rein. Das ist Quatsch. Hier ist das okay, finde ich. Hier sind offenbar unsere Verbündeten. Hier ist eigentlich eine ganz hübsche Position. Man kann hier vielleicht durch die Fenster runterschießen. Deckung ist hier nicht so dolle. Gucken wir mal kurz hoch. Das Dach ist natürlich eigentlich genial, aber hat keine gute Deckung. In die Richtung wäre eine gute Deckung, in die nicht. Naja. Die Schrottritter helfen auch noch. Ach, die helfen auch noch mit. Okay, das ist gut. Tja, Leute. Wir setzen erstmal hier ein und gucken mal. Oh. Okay, es geht direkt so los. Ja, das war jetzt nicht optimal. Das hatte ich gedacht, geht wie in den anderen Missionen los. Aber gut, wir kommen noch mit klar. Da sind die Alten. Oh, das ist gut. Da sind die Gegner. Okay. Die Schrottritter sind tatsächlich auch da. Okay, das muss ich mir mal merken. In solchen Situationen. Bei solchen Quest-Kämpfen offenbar muss man das ein bisschen sorgfältiger machen. Wir sehen aber noch. Wenn wir beginnen. 4, 7, 9. Jetzt ist natürlich die Frage, kommen aus anderen Richtungen auch noch welche. Aber ich würde sagen, es ist jetzt rational, in diese Richtung erstmal zu laufen. Und gemeinsam die fertig zu machen. Was ist los, Mann? Also bewegen wir uns jetzt einfach mal straight nach vorne. Ohne und zu... Ohne und zu allzu... Das ist die Frage. Geht man jetzt hart in Deckung oder versucht man erstmal Tempo zu machen? Leute, ich weiß, Rotenfels... Macht doch nicht so eine obvious Hinweise. Ich habe natürlich gesehen, dass da 17 sind. Und ich weiß natürlich, ich habe hier gezählt, dass da 9 sind. Mir ist schon klar, dass da noch mehr irgendwo sind. Ehrlich gesagt, noch mehr als Backseat-Gaming sind Kommentare schwierig, die einem so... Die so tun, als wäre man irgendwie ein Grundschüler. Order akzeptiert. Wenn ich frage, ist das... Halt, das sind rhetorische Mittel. Wenn ich irgendwie eine Frage stelle, frage ich das einfach mal so abstrakt in die Luft. Kommen da von dort noch welche oder von woanders? Ist doch einfach mal so, dass quasi das allgemeine Thema... Als rhetorische Frage, was jetzt im Raum steht. Darauf erwarte ich keine Antwort. Rhetorisch... Ready to, ähm... Do stuff. Moving. Ähm... Stat. So. Selbstgespräche, genau, in gewisser Weise. Naja, nee, es ist... Was heißt Selbstgespräche, ne? Es ist ja eine Form der Kommentierung und Moderation. Sich Fragen stellen, ist ja etwas, was Menschen laufen. Oh Gott, Kyler. Warum... Ich sage mal so... So habt ihr doch nicht gekämpft früher. Man läuft doch nicht so in die Gegend da rein. Oh Gott, Kyler ist tot. Direkt mal 5 Loyalität verloren. Ich will auch nicht den Chat kontrollieren, Leute. Okay. Das ist natürlich bitter, aber da konnten wir jetzt nichts tun. Haben die hinten vielleicht welche gesehen? Ja, ist unglücklich. Kill these bastards! Also die orientieren sich zumindest auch zu der Gruppe. Ich denke, es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich erstmal jetzt hier auf den Bereich zu konzentrieren, wo wir wissen, dass Gegner sind. Leute, ich nehme sie auch nicht zu Herzen. Alles gut. Oh mein Gott. Geil. Das war die Oma. Und die irre Hand... Oh. Okay. Die haben es doch drauf, oder was? Die alte Winnie legt sich erstmal hin. Absolut verrückt. Schade, dass die andere schon tot ist. So, jetzt müssen wir langsam ein bisschen aufpassen, weil die dort Stellung beziehen. Zum Beispiel er da oben. Wie können wir uns jetzt ins Gefecht einschalten? Das ist die große Frage. Idealerweise ist natürlich eine Flankierung jetzt von hinten cool. Man könnte das über dieses Haus machen, aber Schussfeld haben wir da auch nicht. Man könnte hinten durchlaufen von hier. Schön wäre es, mit den Snipern eine Position zu haben, aber wir haben hier irgendwo Deckung. Wahrscheinlich ist der... Ah, ist alles nicht so gut. Wie sieht es hier in der ersten Etage aus? Das ist eigentlich ein ganz schönes Schussfeld für die Sniper. Vielleicht. Ich bin mir nicht sicher, aber das müsste eigentlich doch. Das ist perfekt. Versuchen wir mal, die Ladies da hochzubekommen. Wie weit kommt ihr jetzt? Erstmal hier rein. Erster Schritt, würde ich sagen. Das ist eine schöne Position. Ich habe das. Okay. Das allerdings ist ein Problem. Ja, dann wissen wir, was wir jetzt zu tun haben. Wir müssen die Flanke sichern und lassen die erstmal in Ruhe. Das ist hier unser Kampffeld. Ah ja, okay. Gut, gut, gut. Hätte ich vielleicht erstmal mit dem anderen vorgehen sollen. Kann man hier die Gardinen mal aufmachen? Und die Dorfbegröne entsteht im Weg. Das ist auch alles sehr ungünstig. Hier können wir uns nicht hinstellen, weil wir dort dann von dort flankiert werden. Wir müssen eigentlich, glaube ich, alle Mann jetzt in die zweite Etage, wenn da jetzt der Rest der Truppe ist. Nee, ich finde die Container nicht sehr gut, weil man dort überhaupt keine Deckung hat. So, Blood, was machen wir mit dir? Ich würde sagen, du bleibst mal hier und kannst gegebenenfalls hier rumlaufen und Kram machen. Die Leiter an der Seite hoch, habe ich noch gar nicht gesehen. Ah, schaut mal, ist der nächste. Du dich mal. Wo ist hier eine Leiter? Da ist eine Leiter. Guter Hinweis. Ja, und von hier haben wir auch vielleicht Deckung. Ja, könnte man probieren. Mit Kalina vielleicht hoch. Sie kommt sogar hoch. Machen wir das mal. Acht bis zehn, dann kann sie sich noch einmal hinhocken. Sicher ist sicher. Beziehungsweise da wird sie auch nicht gesehen. Nee, da bleibt sie einfach so. Leider, das war, naja, ich hoffe, Bunz kriegt nicht so viel ab. Ich meinte, die haben einen scheiß Winkel. Da kann jetzt nicht so viel schief gehen, denke ich. Gut. Barry Unger. Barry. Ja, ich würde schon sagen, wir gehen erst mal alle rein. Und dann gucken wir. Da sind schon mal drei. Ja, sehr gut. Ja. Wir müssen sich auf die Position beziehen, bevor es zu tun. Ja, MD hat nirgendwo richtig gute Deckung. Okay, das geht. Auch er nochmal Beweglichkeit erhalten. Okay, also das Haus ist unseres. Das ist jetzt unser Kanzler. Wir sind für die Verordnungen. Stone steht ziemlich weit weg. Der geht erst mal in die... Ah, da wird er gesehen. Das gefällt mir nicht. Das ist alles nicht so toll. Aber die Entfernung ist so weit, da kann nichts passieren. Außerdem kann er umsonst in die Bauchlage. Sicher ist sicher. Okay. Vier Gegner auf der Seite. Was passiert? Kommen die rein? Ins Haus? Wir haben Barry Schreifschuss erwischt. Das geht auf Bunz. Das geht auf Barry. So, die alte Winnie. Und nein! Hatte ihre Freundin erwischt. Das gibt Ärger, würde ich mal sagen. Okay, es ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Aber es ist schon irgendwie auch geil. Also ich muss sagen, das macht schon Spaß. Klingt jetzt ein bisschen makaber. Wisst ihr, was ich meine? Das Spiel schafft es echt gut. Wie soll ich sagen? So, durch die Stories jetzt im Hintergrund hat man eine Verbindung zu den handelnden Personen, zu dem Ort. Aber die Ladies tun mir ein bisschen leid. Wer hat es sich gewünscht, dass sie mal die Vorhänge öffnet? So. Die irre Hanna, was machst du denn jetzt? Oh nein. Okay, sie kommt da in eine gute Position. Ja, sehr schön. Gut gemacht. Das war schlecht. Oma Kohani zerrümpelte... Ja, die macht ordentlich Schaden von da drinnen. Aber die hat keine Decke mehr. Oh, das ist eine schöne Flankierung. Gute Position. Nicht schlecht. Oh, der Ritter kommt von oben. Ist das Markierung, oder was? Jetzt kommt ein Nahkampfangriff. Boah, ein Krips sogar. Oh mein Gott. Oh, scheiße. Wie dramatisch. So. Wir sind am Zuge. Und wir sehen hier vier Gegner. Äh, Deckung ist nicht mehr optimal. Wobei, hier hätten wir zum Beispiel eine gute Deckung. Da könnte auch Barry hin. Aber der sieht von dort aus... Doch, der sieht den Gegner. Das wären schon schöne Schusspositionen. Monika Sundergaard hier. Da sehen wir... Oh, da haben wir hinten raus noch eine Sichtlinie. Ist auch gefährlich. Sie sieht da sehr viel, hat aber noch eine doofe Deckung. Hm. Von hier aus kann sie tatsächlich da auch feuern. Das ist ja auch gut. Okay, gefällt mir. Wir gehen erst mal zu Kalina hoch. Das ist das Problem, dass sie hier nicht so gut steht. Sie hat eine super Gratisbewegung. Aber von hinten, der Winkel ist halt nicht so gut. Das heißt, sie muss hingehen, schießen und muss wieder zurückgehen. Äh, sonst ist das schwierig mit ihr. Aber das machen wir mal. Wir gehen mal hier auf die Ecke. Ah, hier reicht schon. Gratisbewegung. Und dann brauchen wir... Ja, ein oder zwei AP, um wieder sicher zurückzugehen. Und die Frage ist, wen nehmen wir? Die vorderen kriegen die Anerbindung. Gehen wir auf einen von hinten. Ja, jetzt habe ich aber zehn. Ich mache mal nur neun auf den Kopf. You learned well from me. I'm proud. Oh, wie süß. Buns. Oh, das war ja irgendwie süß. Okay, sie geht zurück. Ja, hinlegen könnte man auch machen. Aber ich glaube, die müssten zurücklaufen, um sie zu treffen. Ich glaube, das ist ziemlich safe da, würde ich sagen. Monika Sundergaard hier. So, Monika. Wen nimmst du dir denn vor? Den da hinten, vielleicht? Entstanden. Pay close attention to my form. Ja, ich würde sie gerne noch mal hinhocken. Ja, das war ein Fail. Von wegen. So. Barry könnte hier mit der Schrotflinte, glaube ich, ganz gut was erreichen. Das versuchen wir. Vier von elf. Ein bisschen was kann. Mal gucken, was die Schrotflinte kann. Ja, ich weiß nicht. Oberkörper. Flakfeste. Bin mir nicht ganz sicher. Auch ihm würde ich gerne noch mal in Deckung gehen. Ist besser, jetzt auf den Kopf zu gehen. Entfernung ist schwierig. Wir machen das so. Of course the battle is going good. We are true heroes that will vanquish all evildoers. So. Forgive me for taking life. Das war doch gut. Okay, Barry hockt sich hin. Jetzt haben wir noch zwei dort. Können wir auf die noch irgendwas sinnvolles wirken? Blatt jetzt vorzuschicken ist ein bisschen übertrieben. Also wenn da einer wäre, würde ich Blatt jetzt vorschicken. Aber das ist, glaube ich, noch nicht der Moment. MD present. MD von dort. Nee, die stehen mir zu dicht zusammen. Er hätte Schusslinie von hier. Aber mit fünf AP wird er wahrscheinlich nicht viel treffen. Na, oder ich lasse sie doch zusammen. Aber ich müsste ihn da eigentlich auch nochmal in Deckung bringen. Sure. Ach, wir gucken mal hier. So. Auf den. Ja, das ist nicht so gut. Ich würde sagen, er geht einfach mal in Deckung. Und? Blatt, was war mit Blatt? Fast zu schade, wenn er nichts macht. Könnte er sich vielleicht hier hin duken und dann das nächste Mal runterlaufen. Ah, passt mal auf. Wir laufen erstmal dahin. Checken mal, ob da noch jemand anders ist, den wir bisher noch nicht gesehen haben. Ist aber nicht der Fall. Dann geht er hier hin. Und geht hier in Deckung. Es kann sein, dass er auf ihn schießt. Schießt ihm die Deckung weg, aber es ist auch okay. Das passt schon. So, und was machen wir mit dir? Der Boss. Hätte sogar ein Ziel. Ah, zu wenig AP. Geht wieder umsonst in die Bauchlage. Und damit sind wir durch. Okay, er geht tatsächlich zu Blatt. Nee, er sieht Kalina. Oh, verdammt. Ah, das war dann. Hätte ich nicht erwartet. Stimmt, von der Seite kann man sie natürlich auch treffen. Aber zehn Schaden ging. So, was machen die jetzt? Ich glaube, unsere Freunde kommen hier nicht so richtig gut klar. Vier stehen hier noch. Ja, die haben den nächsten erwischt. Hier sind die alle schwer verletzt. Gal Vilma. So, jetzt haut er mal ordentlich rein. Jawohl. Fast tot, schwer verletzt. Kommt, zwei Gegner. Oh Gott, die Irre Hanna wird jetzt im Nahkampf getötet. Die zweite. Der Gang ist tot. Der ist jetzt auch erledigt. Gott sei Dank von hier oben. Sehr gut gemacht. Oma Kohani muss wenigstens überleben, oder? Jawohl. Okay, der nächste hin. Gut. War nicht schlecht. Die beiden Omas da im Waffenladen machen ihre Sache besser. Aber die Vilma ist auch ein bisschen wahnsinnig, oder? Ich meinte, die geht da jetzt komplett deckungslos einfach in die Mitte. Wow. Der Sniper von den Schrottplätzen, der ist aber auch sehr stark. Michael hier. Krass. Okay, das ist jetzt eigentlich ein gefundenes... Ah, wir kommen hier nicht runter. Na gut, wir kämen da hin. Pass auf, wir versuchen, den erstmal zu erledigen. Wie kann ich helfen? Ist der noch im Bereich von Barry? Ja, der ist aber immer noch unverletzt. Vielleicht dann doch eher was für... Carlina hier oben. Wenn sie hier hingeht, hat sie Sicht. Anderer. Kopfschuss. So. Dann ist jetzt Blatt dran. Und wie machen wir das am besten? Also hier... Ah, das ist... Er muss aufstehen. Messerlauf. Kein Ziel. Finde ich komisch. Achso, er muss das Ziel von Anfang an sehen. Ja, das ist leider... Ich hätte gedacht tatsächlich, dass man hier irgendwie runterhüpfen kann. Dann wäre das gut gewesen. Aber so ist es doch nicht so gut, wie ich dachte. Monika Sundergaard hier. Dann stellt sich die Frage, gibt es eine Position, wo Monika den Typen da hinten sehen kann. Nein. Okay, dann beginnen wir jetzt hier in die andere Richtung, glaube ich, zu wirken. Gehen wir mal hier hin. Mal gucken. Mal gucken. Easy. Easy, sagt sie. Okay. Verletzt müsste ein Oberkörperschuss eigentlich reichen. Dann helfen wir da ein bisschen den Obers. Von oben werfen. Das ist natürlich noch eine Idee. Ja, ihr habt recht. Ja, natürlich. Wir können von oben werfen. Völlig richtig. Können wir nicht dort auch fliegende Dolche machen? Ja. Oh mein Gott, ja. Vielleicht sogar näher dran. Das müsste doch safe klappen. Stimmt. Gute Idee. Warum sind da zwei? Wir machen das von hier. Das ist der entscheidende Hinweis gewesen. Okay. War doch gut, Blatt dort zu haben. Sehr schön. Ich würde sagen, wir schicken ein Blatt mal hier hin. Move hin. Dann wird er die nachher hinterlaufen. MD present. Und wir wenden uns jetzt dem Gefecht dort zu. Ich würde gerne genau hier hin gehen und da mal in Deckung gehen. Begebe. So. Hallo. Barry haben wir noch. Ja, der kommt jetzt. Ja, wohl. Neun von zwölf. Reicht nicht in Deckung gehen. Pass auf, wir machen hier acht von zwölf. Und dann geht er da in Deckung. Wie er schnauft. So, dann haben wir noch den Boss. Der Boss, der ist irgendwie noch so richtig zum Zuge gekommen in diesem Kampf. Und weil er auch lahmarschig ist, ist wegen seiner dicken Weste. Weil er ein kleiner Schisser ist. So, also wir haben unseren Job, würde ich sagen, anständig erledigt. Die vier sind tot. Die vier sind tot. Oh nein. Ich glaube, die wird es auch nicht überleben. Die dritte von den Omas. Okay, wir sehen, dass dort die anderen noch sind. Das ist eine wichtige Information. Das heißt, vermutlich ist die andere Richtung jetzt safe. Ja, hier sind noch zwei Gegner. Oma Quani. Jetzt bleib doch in deinem Laben. Das war doch eine gute Position. Die sind aber schon ein bisschen senil. Ja, der ist gut. Der hat es richtig drauf da oben. Ja, wir könnten auch, naja, wir könnten jemand ins Obergeschoss bringen. Aber ehrlich gesagt, ist die Sache jetzt hier so ziemlich unter Kontrolle. Wir brauchen jetzt, glaube ich, jetzt nicht... Ja, es ist bloß... Naja, gut, warte mal. Wenn du da hingehst, hast du... Nee, da hast du nichts. Da siehst du nichts. Da hast du nichts. Wir gehen oben. Ich glaube, vom Dach kann man auch hier noch immer gut was erreichen. Bloß halten wir noch nicht in dieser Runde. Nee, Etage runter will ich eigentlich nicht. Naja, wir müssen ein bisschen aufpassen. Ich würde sagen, wir gehen bis hier und machen dann Deckung. Entstanden. Hatte ich nicht darauf geachtet, dass ich noch vier habe? Ach so, Entdeckung ist nur Entdeckung verfügbar. Ja, nachvollziehbar. Dann hätte ich hier hinlaufen müssen. Oh, ich Dummännchen. Egal, dann bleiben wir einfach hier stehen. Duchen wir uns kurz zur Sicherheit. Das ist, wie es ist. So, Blatt läuft bis hier. Der wird hier noch von hinten Messer werfen. Das sehe ich jetzt schon. Hat nur noch drei. Aber ich glaube, da ist... Ah, wir geben die Basis jetzt aber ein zurück. Man weiß nie. So, jetzt will ich aber nicht zu weit vorlaufen, ne? Der mit der Schrotflinte... Ist aber noch... Nee, ist nicht gut. Und hier sehen wir auch niemanden. Ist irgendwie eine bisschen blöde Situation. Wir kommen hier nicht gut zum Zuge, ehrlich gesagt. Granate wäre eine Möglichkeit. Ja. Wir können mal gucken. Ja, ich meine, wir haben ja eine Gratis-Bewerbung. Wir können auch wieder zurücklaufen. Aber vielleicht reicht die Granate auch schon von hier zu werfen oder so. Ich gehe mal raus. Beziehungsweise ich stelle mich mal hin. We have agreement. Also zwei sollte ich schon treffen mit der Granate. Der da oben ist halt beschützt. Den kriegen wir nicht. Wir müssen wahrscheinlich noch einen Tick vorlaufen. Ich laufe nochmal bis hier. Ich meinte, wir nehmen ihm die Deckung weg. Aber so richtig geil ist es nicht. Ich mache es trotzdem. Ja. Wie gesagt, so richtig geil ist es nicht. Ich mache es trotzdem. Du gehst jetzt mal dahin. Hast ein Gegner möglicherweise im Visier. Ja, okay. Das kann was werden. Unverletzt. Wir machen mal einfach einen Oberkörperschuss. Salvenfeuer vielleicht. Alter M.D. Was war denn das bitte? Mit der schönen Famaß. Was willst du? Aber wir haben ja auch noch Buns. Die hat auch noch jemanden im Visier. Okay, das hatte ich gar nicht im Blick. Ah ja, die brauchen ja nicht zielen. Die schießt auch komplett daneben. Vielleicht hätte ich doch mit ihr hochgehen sollen. Wir versuchen es nochmal. Okay, das war Mist. Ich glaube, die Entfernung war das Problem. Es war dunkel. Ja, das stimmt. Okay, das war von uns jetzt nicht der beste Zug. Ich bringe den Boss mal hier rüber. Oder lieber hier hin. Sicher, sicher. Good plan. Boah, schaut mal, wie dynamisch Ella rübergesprungen ist. Hervorragend. So. Ah, gehen die gegen uns? Ne, die gegen, leider, gegen uns. So, damit ist die dritte Dame tot. Jetzt sind wir dran. Ah, das war nix. Was will einer dem Boss irgendwie heimlich erledigen? Wie er da rüberstreut. Trifft er auch nicht. So, Oma Kohani. Mach keinen Scheiß, Oma. Du wirst, also, zwei Omas sollten doch jetzt überleben. Ja. Gut. Nachladen. Ja, das bringt ja nix. So, der Fernkämpft, der Scharfschütze. Der macht immer so ein komisches Anlegen oder so. Okay, den unten hat es auch erwischt. Sind nicht mehr viele Freunde da, oder? Stone hat jemand im Blick. Ja, aber das, das kann doch oben, glaube ich, sie besser machen, oder? Ja, einen anderen haben wir hier gar nicht mehr im Blick. Das macht sie dann. Schwach? Reicht ein Oberkörperschuss? Vielleicht. Jawohl. Eine letzte Schöne Tür. Okay. Und dann sieht es so aus, als ob nur noch die beiden da hinten übrig sind. Und das ist ein weiter Weg für uns. Falls ich mich nicht irre, ne? Blut hier. Wir sollten sicherheitshalber die Deckung behalten. Was nächstes? Aber wir können schnell dann irgendwie versuchen, unsere Bewegungen zu machen. Oh ja, Deckung behalten. Entstanden. Ready to, ähm, do stuff. Da steht's. Ach, scheiße. Oh Gott. Ich schon wieder. Ready for a fight. Alter. Was mache ich wieder für eine Scheiße? Warte, 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 warte. Äh, nee, nee, ich bin nicht müde. Ich bin hellwach. Ich hatte irgendwie, weiß ich auch nicht. Ja, das war dumm. Das Sichtsystem hatte ich nicht gerade. Ähm, Michael hier. Okay, warte mal, kurz, kurz überlegen. Wir haben noch Barry. Hallo. Wir haben noch Barry. Barry kann... ... kann noch eine Granate werfen. Muss aufpassen, dass er Blatt nicht trifft. Die Granate kostet uns sechs. Das heißt, wir können bis hier laufen, in der Hoffnung, dass das hinhaut. Blatt kann auch ein Backmesser, ne? Das Problem ist, es wird wahrscheinlich nicht gerade reichen. Aber ich würde sagen, hier eine Granate rein. Ja, ich weiß, dass Blatt noch AP hat. Aber er wird ja nicht zwei erledigen können. Insofern... Yes. Machen wir erstmal das. So, jetzt Missgeschick keine. Insofern ist das eine absolute sichere Sache, Leute. Explosive! Ja. Seht ihr? Und hätte ich jetzt den ersten irgendwie weggemessert, wäre... ... ist doch besser, zuerst mal die Granate zu werfen, um zu sehen, was hier noch nötig ist. So, ein bis zwei... Ja, ich denke, wir müssen auf den Hals gehen, ne? Alter, wie kann das... Das kann doch nicht sein, jetzt. So, na gut. Er kriegt auch jetzt... Kriegt er nicht jetzt, weil er nicht... Achso, er steht in Deckung. Oh, jetzt kriegt er auch nicht seine 15 Schutzdinger. So, kann MD jetzt noch was reißen? Nee, sieht nicht so aus. Ja. Kann Stone noch was reißen? Der hat noch eine Granate, aber die wird er nicht so weit werfen können. Ja, insofern... Bitter, 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 bitter. Könnte sein, dass Blatt jetzt noch mal ordentlich was abbekommt. Okay, es hilft nix. Ja, dich bringen wir jetzt einfach noch ein bisschen nach vorne. Ein guter Plan. MD, ja, es gibt, glaube ich... Oh, warte mal. Nee, es gibt aber keine Schussposition für MD. Der hat auch keine Granaten mehr, das kann uns auch nicht helfen. Insofern, geh einfach rein. Okay, mal gucken, was jetzt passiert. Ja, der hatte keine AP mehr, weil der schon schwer verletzt war und so. Der hatte irgendwie massive Probleme. Das hielt sich jetzt Gott sei Dank an die Grenzen. 16 Schaden, oder was wir da bekommen haben. Irgendwie, der Scharfschütze da oben, der hat es irgendwie jetzt nicht mehr so richtig gemacht. Ja, aber du schießt auch nicht besser. So, Oma Quani, jetzt mach keinen Scheiß da. Irgendwie nicht, dass du noch Blatt triffst. Alles klar. Sauber. Einen in die ÖPN. Sauber. Gut. Das ging ja richtig nochmal gut aus. Ähm. Dann, ja, wir müssen uns jetzt irgendwie so schnell es geht da in die Richtung bewegen, damit wir da irgendwie nochmal was beschleunigen können, wenn das denn überhaupt möglich ist. Ich habe das. Also, ich gehe jetzt davon aus, dass es nur noch die zwei sind, ne? Alles andere wäre jetzt natürlich peinlich. Du kannst hier runterlaufen. Ja, MD, wie weit kommst du denn? Bis da. Gut. Gehen. Ähm, Stat. Ja. Ja? Kiehl einen von uns und wir kiehl 10 von euch! Das wird da so ein ewiges Dodell zwischen den dreien. Bis die Omas eingreifen oder wir. Ja, die Omas hätten es nicht mehr lange gemacht, das stimmt. Wo geht sie jetzt hin? Das ist die falsche Richtung. Sie checkt gerade nicht, wo die Gegner sind. Ich werde diesen einen beschäftigen. Eigentlich wäre es ganz cool, wenn oben der Scharfschütze jetzt einfach die Beine erledigt und fertig ist es. Ist der Lack. Aber der macht immer seine komische Zielübung. Und das ist irgendwie super nicht hilfreich. Ja, so. Wie gehen wir vor? Jetzt auch nicht übermütig werden. Das ist das. Blatt geht dahin. Zeit, meine Nose in den Dutzen zu setzen. Vielleicht finde ich eine Truffle. Blatt könnte doch eigentlich... Kann man hier durchschießen? Weiß ich nicht genau. Blatt geht erstmal dahin. Changing Position. Hm? Wo bist du? Hier passiert da nichts. Ah, du kannst auch mal aufrecht laufen. Kommst du noch ein bisschen weiter? Hm? Oh, ja. Michael hier. Michael. Ja, dauert jetzt ein bisschen. Irgendwann müsste denen auch mal die Munition ausgehen. Eigentlich müssten die Sachen unsere Fernkämpferin erledigen. Weil Blatt kann einen erledigen, aber nicht zwei auf einmal. Das wird ein bisschen schwieriger werden. Hat der sich hingelegt? Ah, ja. Aber die stürmen ja auch immer ganz nett vor. Ah, jetzt geht es hier schon ein bisschen los. Man muss bloß aufpassen, dass man nicht in deren Schusslinie kommt. Oma Kohani hat jetzt auch ein bisschen gecheckt, wo was... Hä? Ne, was macht Oma Kohani? Was macht die da? Aber vielleicht will die noch leben. Wir müssen noch eine Biografie lesen. Ja, stimmt. So. Jetzt stelle ich mir die Frage. Wo kann sie hin? Das ist kein Fenster. Schade. Ja, Fernschuss wäre jetzt wirklich gut, aber... Kommt sie irgendwie hoch? Nur hinten über die Leiter. Ungünstig. Das ist irgendwie keine gute Position. Andere Seite wäre eigentlich besser. Da hat sie Sicht. Ja. Müssen wir noch eine Runde warten? Meine Gedanken sind genau. Dann geht sie dort in Deckung und hat dann ordentlich AP. Was ist da, Mann? Ja, und du kannst dich auch ein bisschen vorbereiten. Zehn, zwanzig. Kein Schmerzen. Das ist schon ganz gut. Und ich würde sagen, ist ein bisschen riskant vielleicht. Dann geh mal lieber da hin. Und du gehst da in Deckung. Wer weiß, vielleicht wird Kalina auch noch eingesetzt. Also lauf mal ran. Lohnt es sich, Stone noch ranzubringen? Ich weiß nicht. MD. Vielleicht wird noch ein Arzt gebraucht. Weiter geht's. Aufs Dach zum anderen Scharfschutz. Und da kommen wir, glaube ich, nur von der anderen Seite rauf. Das ist halt sehr, sehr umständlich. Aber wir haben ja eine Position gefunden. Uh. Auf wen geht er jetzt? Auf Blood. Okay, Blood kann aber nichts tun, weil er dann in der... Uh, er kommt. Geht auf den Schrottplatz. Ritter, okay. Der macht jetzt Overwatch. Ja. Warum nicht? Oma Quarney checkt über... Oma Quarney ist komplett verwirrt. Die ist komplett verwirrt. Ja gut. Das Problem ist, wenn der Overwatch macht, kann natürlich Blood nichts tun. Das ist ein bisschen bitter. Da sind wir schon wieder dran. Ja. Wir haben natürlich jemanden, der Overwatch verhindern kann. Aber... Bunz hat den nicht im Blick, ne? Monica Sundergaard hier. Die hat im Moment gar keinen Blick. Hätte sie den anderen... Kann sie den irgendwie in den Blick nehmen? Wenn sie hierhin läuft, würde das gehen. Ja, perfekt. Hier auch. Okay, dann werden wir den Overwatch unterbrechen. Nämlich mit dem ablenkenden Schuss. Auf den Oberkörper. Perfekt. Alter, was war das denn? Hervorragend. So macht man das, würde ich sagen. Den Rest können wir dann Blood überlassen. Der... Ne, mehr... Ne, mehr... Halt, Quatsch. Der macht einen Nahkampfangriff. Auf den Oberkörper. Verletzt. So. Nochmal das Ganze. Könnte auch in den Hals rammen, ne? Aber wir haben noch so viel AP, ist kein Problem. Oh! Pff. Jo. Der Lord schreit auf dich, Bruder. War's das? Offenbar noch nicht. Es gibt noch irgendwo einen Gegner. Na toll. Da legen wir uns mal sicherheitshalber hin. Äh, aber wo? Nochmal Zugende. Vielleicht sehen wir ihn. Das ist jetzt ein bisschen frustrierend. Wenn man jetzt nicht weiß, wo der Gegner ist. Vielleicht da, wo die Oma... Skatter! Obwohl, die anderen rennen da hin. Die alte Vivienne rennt da hin. Jetzt läuft die Oma auch in die Richtung. Nahkampf immer Hals. Okay. Der läuft runter. Ich glaube nicht, dass... Wenn Leute von außen kommen, die in den Keller gehen. Die Gegner kann ich mir nicht vorstellen. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. Ich könnte mir vorstellen, in dem Bereich. Wie gehen wir damit jetzt um? Wir haben auf jeden Fall sehr hohe Moral. Das ist schon mal gut. Wir müssen jetzt einfach in aller Vorsicht... ...die Map im Bierkunden. Laufen wir es mal da hin. Wir sehen nichts. Ich laufe da hin. Gehen. Wir sehen nichts. Okay. Ja, dann nehmen wir mal vielleicht doch wirklich Position irgendwie oben. Mit einer Scharfschützung zumindest. Wir hatten nochmal... Banz hat das... Ah, Banz muss nachladen. Die hat die höhere Reichweite. Kommt jetzt nicht nach oben. Hier ist auch keine Deckung. Geht einfach mal da hin und macht... Die Deckung gehen. Tja. Tja, Leute. Bin so ein bisschen unentschlossen. Wie man das jetzt angeht. Moving. As of this moment. Ich vermute mal, weil die KI dorthin läuft... ...wird das schon da sein. Okay. Will do. So, Kalina. Ich würde sagen, die hat hier auch einen ganz guten Punkt. Hey, Baba Yaga. Nicht, take me this fight. So, und Stone... Stone bleibt... Einfach an der Ecke hier stehen. Hoffen wir mal, dass er sich irgendwie offenbart. Sonst wird das jetzt eine lange Suche. Ich finde, jetzt könnten sie auch aus dem runden Modus dann rausgehen, wenn Gegner offensichtlich irgendwie nicht... Die wissen jetzt auch nicht, wo das ist. Die laufen doch auch schon wieder irgendwie... ...bild durch die Gegend rum. Oma Kohani läuft schon wieder in die Richtung. This is Granti. Ja, so wird das irgendwie nix. Hm. Wir müssen irgendwie so ne... Ja, eine Einsatzzone war bei den Booten. Vielleicht, ja. Ich check erstmal den Raum hier. No problem. Wenn ich alle meine Söltner in Stealth schicke, hört der Rundenmodus nach zwei Runden auf. Ah, cool. Okay. Dann probieren wir das mal. Stealth kostet zwei. Das ist ja ein cooler Trick. Very unge. Mach ich einfach mal komplett bei allen. Becoming undetectable. Okay. Sehr geil. Dann lassen wir das essen. Vielleicht taucht der Gegner noch auf, denn das ist auch gut. Ansonsten können wir die Märchen einfach absuchen. Ah, cooler Tipp. Mal sehen, ob's klappt. Wie die Oma da hochklettert. So, wir sind alle im Stealth-Modus. Zweite Runde, Zugende. Mal gucken. Als ob er mitbekommt, dass wir nichts machen. Eifel spielt ein Spiel, wo ich hide und delete es Zeit, um jemanden zu schießen. Ist leider nicht der Fall. Hängt aber, glaube ich, damit zusammen, dass einfach KI-Freunde auf der Map sind. Und die sind ja nicht im Stealth-Modus. Ja, insofern müssen wir da jetzt irgendwie durch. Ist jetzt ein bisschen antiklimaktisch, ne? Wir haben's ja eigentlich. Dann möchte man eigentlich die Sache jetzt gut zu Ende bringen. Ich laufe jetzt hier in Richtung Hafen. Wir könnten natürlich sagen, wir laufen nur mit zwei Leuten hin oder so. Das würde dann wahrscheinlich auch reichen. Und gelbe Karte wegen Zeitspiel. Ah! Oh! Zwei sogar noch! Okay, alles klar. Jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie. Ich habe jetzt gar nicht so drauf geachtet. Sind wir in einer schwierigen taktischen Position? Oder können wir uns noch gut retten? Omar Kohani ist komplett ab vom Schuss, oder? Okay, Bunz ist da oben. MD da. Carlina hier. Carlina hier. Er ist doch schon mal perfekt. Ich würde sagen, Carlina geht auf den Hinteren. Aha. Auf die Ladies ist doch auch Verlass irgendwo, ne? So. Monica Sundergaard hier. Hat sie da? Kann man so nah mit so einem Gewehr den treffen? Wir werden es erleben. Steady does it. Okay. Auf die Arme können wir treffen. Das ist ein bisschen merkwürdig. Gibt es noch eine bessere Schussposition? Ja, komm. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Das muss jetzt klappen. Easy. Okay. Alter. Fast tot, ja? MD present. MD, kriegst du das hin? Nee. Er hat kein Schussfeld. Von hier hat er Schussfeld. Okay, jetzt kommt es ein bisschen auf MD an, ob es hier noch ein Unglück gibt am Ende. Ist es gut, wenn es auf MD ankommt? Ich kann es nicht machen. Vielleicht sollte jemand besser als ich diesen Schuss nehmen. Macht man? Kopfschuss muss, ja. Ohne... Oh Gott. Berühmte letzte Worte. Ja, ein Einzelschuss jetzt? Was ist besser? Ein Einzelschuss? Oh Gott, zielende Hocke, das wird niemals was. Überwachung? Weiß ich nicht. Das wird, glaube ich, nicht besser. Wir versuchen... Wir versuchen... Wir versuchen einen Einzelschuss. Können wir sogar noch einmal zielen, ja. Okay. Blood, blis... Blood ist in der Nähe, Leute. Blood ist in der Nähe. Warte, 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 warte. Blood kann hier hinlaufen. Da kann er noch ein Messer werfen. Mit 15 AP. Aber... Hä? Er sagt mir an, ich habe kein Ziel. Oder eine Granate. Eine Granate kostet 3 AP. Oh ja. Das ist besser. Da gehen wir auf Nummer sicher. Wirklich nur 3? Ist ja krass. Okay. Wir haben es. Wir haben es. Wir haben es. Geschafft. Die Docks sind gerettet. Großartig. Ein schönes Finale, wie ich finde. Aber 2 der... 3 der alten... Gang... Sind leider gestorben. Ich hoffe, dass ihr seht und landet. Ja, wir haben... Ja, wir haben zugeschaut. Wir können auch ein bisschen looten hier und da. Mal sehen, was für die Snacks wir hier haben. Nochmal eine nette Hose. Wir sind in der Mitte. Da sind auch noch ein paar Sachen. Nochmal eine doppelläufige Schrotflinte. Da haben wir schon eine über. Ich glaube, das verschrotten wir. Eine modifizierte Peacemaker. Weiß ich nicht so richtig. Müssen wir mal gucken. Noch einen Helm. Brauchen wir mit Sicherheit auch noch. Eine richtig gute Hose. Ja. Entstanden. So, hier... Offenbar kein... Oh, da war noch was. Eine geschärfte Machete. Erhöhter Schadensbonus durch Kraft. Inventar komplett voll jetzt. Ja, wir sollten vielleicht mal ein bisschen Rüstung. Wir sollten ein bisschen Rüstung ausrüsten. Gaius, herzlich willkommen und Zuschauer. Schön, dass ihr da seid. Wir sind auch gerade hier am Finale unseres Abends. Freue mich sehr über den Besuch. Grüße. Und danke für den Wait. So, wir machen hier ein bisschen Platz. Hier haben wir sogar nochmal einen Helm, den wir verwenden können. Aber wir haben gar keinen Helm. Ja, von Milenia zu Jagged Alliance. Schön, dass ihr da seid. Wir sind aber eigentlich durch. Also, wir erdet jetzt eigentlich kaum noch was vom Spiel sehen. Wir machen nur noch Schlussmanagement. Dann ist die Sache gegessen. Ah, Barry kann hier noch Granaten nehmen, sehe ich gerade. Dann haben wir wieder ein bisschen Platz hier. Ja, ja, die Leiche hat... Genau, die Leiche hat den Helm. So war es. Komm, plündern wir nochmal die Leiche. Dann kommen noch Feierbierchen. Ja, 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 richtig. So. Du kriegst noch einen Helm. Und die geschärfte Machete nehmen wir doch mit. Monica Sundergaard, hier? Okay. Können wir nochmal mit Headshot... Hugh Raiden? Raiden? Yo, für real. Sometimes I envy Lurch. He does what he wants and wants what he does. I wipe glasses, pours beer, takes cash. Real simple. Everyone else, we all think too much to be happy. Watch your head. Watch your head. Let's go! Okay, Leute. Wir haben es. Wir haben das Ganze abgewehrt. Wir move with certainty. Das ist ein schöner Punkt. Freue ich mich drüber. Sehr schön. Wir werden MD noch... Wir werden MD noch aufwerten. been drinking again? No, my chef. I've been playing chess. But you reek of alcohol. Jeez. Do you want me to reek of chess? Tschüss. So. Also, was machen wir mit ihm? Nee, das ist irgendwie doof. Wenn die Moral hoch oder sehr hoch ist, erhältst du eine Chance von 15% mit jedem Schatten. Nee, ist das auch doof für ihn? Ja, so richtig was Tolles ist bei ihm jetzt hier nicht so sinnvoll. Schleichen ist irrelevant. Nahkampf ist irrelevant. Ja, maximale TP ist das Sinnvollste, was ich mit ihm jetzt hier machen kann, meines Erachtens. Schussfähigkeit? Naja, was... 5% Kritschung bei jedem Ziel, weiß ich nicht. Aufeinanderfolgende Angriffe gegen dasselbe Ziel halten, einen noch höheren Genauigkeitsbonus. Das könnte man machen. Das ist das Einzige, aber... Ah, so richtig. Achso. Auf Weisheit, um hier die Geschichten zu buchen. Oh ja, stimmt. Das ist ein guter Hinweis. Das ist ein guter Hinweis. Das sollten wir tun, ja. Habe ich nicht gerne gedacht. Man muss ja immer die Vorhergehenden haben, um hier hinzukommen. Das ist ein sehr guter Hinweis. Das machen wir. Pass auf, dann machen wir bei ihm ernste Warnung. Weil Moral hoch und sehr hoch haben wir relativ oft vielleicht jetzt durch den inspirierenden Schlag. Und dann, wenn er mal trifft, kann er vielleicht Panik hervorrufen. Das ist auch lustig, wenn MD Panik beim Gegner hervorruft. Sehr schön. Ready for a fight. So. Okay. Wollen wir hier noch aufräumen? Ja, wir haben so viel Kram, Leute. Es ist Wahnsinn. Wisst ihr was? Eine von denen werde ich verschrotten. Wir können beim nächsten Mal mal überlegen... Wir haben jetzt hier eine bessere. Die werde ich auch verschrotten. Wir können beim nächsten Mal überlegen, ob wir noch ein bisschen modifizieren. Waffen, die wir haben und gut finden. Ich würde gerne so eine Waffen... Oh, wir haben hier noch eine Flak-Rüstung. Das ist vielleicht noch was für irgendjemanden. Ist die besser? Gleich 30% 10. Flak-Weste. Warum ist... Was ist der Unterschied zwischen der Flak-Rüstung und der Flak-Weste? 30-Leicht 10. 30-Leicht 10. Das ist exakt derselbe... Das ist irgendwie nur eine ästhetische Frage, oder was? Arm-Schutz? Aha, okay. Arm-Schutz. Dann ist das keine ästhetische Frage. Okay, alles klar. Dann ist das natürlich besser. So. Wir haben noch eine 100% Flak-Hose. Aber das brauchen wir auch nicht mehr. Haben auch alle ausgestattet. Ihr sagt, die geschärfte Machete ist eine gute Nahkampfwaffe. Das Problem ist, dann müsste ich ihm hier... Ich meinte 24 Schaden. Wir machen hier 12 Schaden. Dann müsste ich ihm aber halt alle auch die Granaten wegnehmen. Und das tut mir auch so ein bisschen leid. Ist das sinnvoll? Was meint ihr? Die Granate hat zum Beispiel uns jetzt am Ende noch geholfen. Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist besser, wenn wir ihm da die Flexibilität lassen. Ne, die Granaten können nicht... Oh, doch. Warte mal. Die Granaten können neben das Messer. Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, das geht nicht. Ja, dann können wir es vielleicht machen. Dann kann man es machen. Probieren wir es mal aus. Für den Nahkampf habe ich schon das Messer. Ja, aber wenn ich das richtig sehe, macht das Messer 12 Schaden und die Machete 24. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied, würde ich sagen. Und er hat Kraft. 83 ist okay. Ja. Fürs B-Team könnte man das dann später auch nutzen, ja. Okay. Gut. Ich bin... Das ist so irgendwie... Das fällt so schwer. Was... Diese ganzen Waffen... Ja, wir werden die wahrscheinlich irgendwo mal deponieren müssen. Und nur so zwei, drei... Als Ersatz da lassen. Das ist okay. Gut. Ich denke... Wir können dann mit gutem Gewissen Schluss machen. Wir haben hier unseren... Quasi ersten Außenposten. Wir verdienen ein bisschen Geld. Wir machen Plus. Und wir werden dann als nächstes Port Kakao befreien. Dann diesen Rest dieses Zipfels. Ja, und dann... Bin mir ganz sicher, ob wir erstmal hier unten das aufrollen. Oder hier oben nach Fleet Town. Weiß ich nicht so richtig. Muss man sich dann gut überlegen. Ich meinte, da ist die nächste Mine. Das ist schon attraktiv. Gleich eine zweite Einnahmequelle zu haben. Wir werden sehen. Das wird sicher auch nochmal interessant. Krankenhaus gibt es hier. Es bleibt spannend, unterhaltsam, interessant.